Ihr habt mir eure fantastischen Lego-Mocks zugesendet und ich werde heute jedes einzelne dieser Mocks durchgehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, selbst wenn dieses Video zwei Stunden lang geht. Lasst es uns durchziehen. Ganz viel Spaß! Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory. Es ist soweit. Nachdem ihr meine Kommentare komplett zugespammt habt mit wo bleibt der Mock-Contest und solchen Kommentaren, gibt es jetzt endlich den Mock-Contest. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Gewinner gibt es natürlich auch am Ende. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Das ist hier Teil 2. Es gab ja schon einen Teil 1. Deshalb werden wir manche Mocks hier ein bisschen überspringen. Hier habt ihr erstmal so eine kleine Übersicht, wie viele Mocks wir jetzt hier genau angucken müssen. Ja, ihr könnt jetzt wahrscheinlich die Zeit sehen, wie lang dieses Video ist. Ich weiß nicht, wie lang ich jetzt hier stehen werde und das Ganze kommentieren werde. Aber wir fangen einfach direkt an. Wir haben ja als erstes das Wohnhaus. Das war schon beim letzten Mal mit dabei. Deswegen überspringen wir das. Falls ihr das genauer sehen wollt, guckt einfach beim letzten Mal nochmal vorbei. Dann haben wir hier das Interieur von einem Haus. Ich denke, wir bekommen eigentlich, glaube ich, auch noch das Exterieur von diesem Haus. Jedenfalls finde ich das ziemlich cool, wer das hier aufgeteilt hat. Ich würde vielleicht hier noch die Fliesen hier mit reinbringen. Aber ansonsten, so ein Wohnhaus ist halt immer cool, wenn man damit irgendwie spielen kann als Kind. Dann haben wir hier das Grievous vs. Mace Windu Mock. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei. Dann haben wir hier einen Mock. Ich weiß nicht genau, auf Jedi ist es, glaube ich, nicht, wo dieser Panzer hier eingesetzt wird. Aber der Panzer wird ja auch noch auf anderen Planeten eingesetzt. Von daher finde ich den Übergang hier ziemlich cool von den Steinen und dann halt hier drüben auf das Grüne. Zum Beispiel das Teil hier, was ihr seht, könnt auch immer irgendwelche random grünen Teile nehmen, um halt irgendwie so Gras oder zum Beispiel auch Steine darzustellen. Weil das sieht dann halt einfach unregelmäßig aus. Und ihr habt diese nervigen Teile, mit denen man wahrscheinlich sonst gar nichts anfangen kann aus eurer Kiste raus. Das habe ich früher auch immer so gemacht. Dann haben wir hier einen Soldaten von der Resistance gegen hier Stormtrooper. Passt, glaube ich, nicht so ganz, aber die können ja auch einfach irgendwelche anderen Rebellen sein. Die sehen ja eh immer gleich aus. Dann haben wir hier nochmal eine andere Perspektive und hier nochmal ein Kajimi Mock. Das finde ich sieht richtig gut aus. Also ihr seht hier hier diese Round Bricks 1x1 und dann halt diese Modified Bricks sind hier gemacht, um halt so eine Fassade darzustellen, so eine Art Steinfassade. Das sieht genauso aus wie im Film. Ich habe die Episode letztens nochmal zusammen mit meiner Schwester geguckt. Und ja, es erinnert mich echt. Wir haben hier einmal Poe, dann Sorry, Bliss und Finn. Und dann sehen wir hier einmal Kylo Ren und Rey, wie sie halt da ihre Macht-Connection ausleben, was auch immer das genau ist. Jedenfalls finde ich das Mock ziemlich, ziemlich cool. Und ich denke mal, hier hinten geht es dann bestimmt noch weiter mit der Werkstatt von Babu Frick. Dann haben wir hier noch einen Space Shuttle. Das sieht auch gar nicht schlecht aus mit der Spitze hier vorne. Geht dann schön nach vorne. Gefällt mir auch ganz gut. Dann haben wir nochmal die Brick Story als Logo, als 3D-Logo quasi. Seht ihr hier dann die Brille plus dann hier oben die Haare. Das sieht sehr, sehr schön aus. Also hier sind auch vor allen Dingen keine Noppen zu sehen, außer jetzt halt diesen großen Noppen. Aber nicht diese kleinen Noppen, wo halt Lego draufsteht. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das ist dieser Stein gewesen, den es damals zum, ich glaube, VIP-Wochenende gab es den. Genau, so war das. Dann haben wir hier noch eine kleine City mit auch sehr schönen Vitrinen nochmal hier im Hintergrund. Sowas ist natürlich echt sehr, sehr cool. Wir haben hier einmal das Diner. Haben wir hier Batman oben. Und nochmal Iron Man aus dem Polybag. Ja, für 3,99 Euro kann man den Polybag eigentlich nicht liegen lassen. Und hier so ein Bankwagen überfallen wird. Und dann haben wir hier nochmal, ach, das hatten wir beim letzten Mal auch schon drin. Aber das hier seht ihr, da ist nochmal so eine ultimative Collector Series zu sehen. Ich weiß nicht, ob das von Star Wars kommt. Ich glaube, das ist der Karton von dem Sternenzerstörer von Star Wars. Deshalb ist dann hier oben noch diese kleine Ecke vom Sternenzerstörer zu sehen. Ich weiß leider nicht genau, aus welcher Reihe dieses Fahrzeug stammt. Jedenfalls sieht es wahnsinnig cool aus. Und es sieht auch hier vorne so aus, als ob da eine Lenkung drin ist. Also, nicht schlecht. Ich glaube, hatten wir beim letzten Mal, ja, hier das Bild hatten wir beim letzten Mal auch drin. Das sieht schon sehr, sehr cool aus mit der Lenkung vorne drin. Und dann haben wir hier nochmal ein, ach, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon. Das ist das mit dem ATTI vorne gewesen. Da ist jetzt halt hier das Bild nochmal zwischendrin. Interessant finde ich aber die Bautechnik, dass er hier den Felsen einfach hingelegt hat. Also, ihr könnt sehen, das sind diese normalen Standard-Felsenteile, nur halt auf dem Boden gelegt. Da bespart man sich natürlich nochmal Teile. Und das sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Das ist eine schöne Bautechnik, wirklich. Dann haben wir hier die Arctrooper, den Arctrooper nochmal, ein Teteroide, der die von hinten töten will. Skandalös. Dann haben wir hier nochmal von Supermelone das Mock auf Felucia mit dem ATTI. Ich glaube, hier hinten kommt noch, genau, da kommt der Rancor noch aus der Höhle. ATAP. Das finde ich sehr, sehr kreativ, wie er hier die Steine aufeinander gesetzt hat. Haben wir hier nochmal, ah, endlich auch mal was aus Mittelerde. Ich denke, das ist der Kampf um die, also ich weiß nicht, wo genau das sein soll. Jedenfalls haben wir hier Gandalf auf Seidenschnapel mit dabei. Die haben hier oben Elben, wie sie gegeneinander kämpfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer die sein sollen. Vielleicht sollen das irgendwie Südländer oder so sein oder Orks. Da kann man sich ja vollkommen frei ausdenken, was man da am liebsten mag. Haben wir hier nochmal am Wasser. Sehr, sehr schön. Ha, ihr könnt auch hier oben den Namen sehen. Benix modifizierter Podracer. Sehr, sehr cool. Imperialer Außenposten auf MISU. Ah, ach so, das soll der Hintergrund hier sein. Sehr, sehr cool. Und der Podracer ist auch mega cool. Und wenn ich mich jetzt hier nicht täusche, ist das sogar die Landeplattform, die es in der Cloud City von ganz, ganz früher mal gab. Sehr, sehr cool, die hier zu integrieren. Und der Podracer, der finde ich ist auch gut. Also einen Podracer kann man halt aus jedem Schrott-Lego-Teil kann man da irgendwie einen Podracer bauen. Und dann kommen halt solche coolen Sachen dabei raus. Finde ich sehr, sehr cool. Dann haben wir hier nochmal verschiedene Minifiguren. Ah, Imperialer Außenposten auf MISU. Das gehört zum anderen mit dazu. Habt ihr hier einmal einen Jedi. Habt ihr hier nochmal einen Shadow Trooper. So wie dann Boba Fetch aus dem Buch. Und hier dann Darth Nihilus. So wie mehrere Republic Trooper. Sehr schön. Wir hätten es nochmal aus einer anderen Perspektive sehen müssen. Dann haben wir hier nochmal das Grievous Mock. So wie dann hier ein weiteres Mock. Das haben die Baseplates wohl nicht für alle Fahrzeuge ausgereicht. Aber wie seht ihr, ist so eine Klon-Basis, wo dann halt die Droiden das Ganze angreifen. Und hier vorne mit dem AAT kommen. Sowas in der Art habe ich damals auch mal gebaut. Den AAT hatte ich. So einen Homming-Spider-Droid hatte ich damals nicht. Und ich hatte auch nicht den Fighter-Tank. Aber das erinnert mich gerade richtig an meine Zeiten früher. Und ich hatte auch nie genug Baseplates. Und hab die Fahrzeuge dann auch immer außenrum gestellt. Dann haben wir hier nochmal einen UCS-ATTE. sehr, sehr cool. Hier haben wir noch eine andere Perspektive. Schaut euch das an, wie cool das aussieht. Ich glaube, hier geht noch so eine Rampe raus. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere. So geht das ja beim richtigen ATTE, also der Originalvorlage auch. Die Beine sehen ein bisschen wackelig aus. Ist aber, glaube ich, bei der Originalvorlage auch so. Dann haben wir hier diese Drehgeschütze. Die sich, glaube ich, jetzt hier nicht mehr drehen können. Aber ist auch eine interessante Alternative Bauweise. Anstatt für diesen Kugeldingern, die Lego da immer reinbringt. Sowas würde ich richtig gerne mal als UCS-Set sehen. Dann haben wir hier ein paar imperiale Trooper. Hier dann sogar mit Custom-Blastern. Und einer Kanone. Also Kanone, solange man Fantasie hat, kann man die natürlich auch für Star Wars benutzen. Dann sehen wir hier, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich die andere Seite. Sehen wir hier so eine Kommando-Base. Und da habe ich, ach, das habe ich früher auch mal gemacht, die Trans-Clear-Blauen-Steine als so Fenster genommen, um hier aus der Basis rauszugucken. Sehr, sehr coole Sache. Dann haben wir hier nochmal eine andere Ansicht an die Basis. Das ist, das finde ich, auch eine nette Bautechnik, wenn man hier die Fenster mit den normalen Bausteinen halt kombiniert, dass es so ineinander übergeht. Dann haben wir hier nochmal die Brickstory als Minifigur. Aber das, finde ich, ist auch kreativ gemacht. Also mit den Augen, dann den Haaren, die auch gut aussehen, muss ich sagen. Plus den Armen. Sehr, sehr cool. Und hier unten, das sind übrigens Äxte als Beine. Coole Umsetzung, coole Umsetzung. Ich glaube, ich brauche irgendwann auch mal meine eigene Minifigur. Dann haben wir hier nochmal das Jurassic World Mock. Das hatten wir beim letzten Mal schon drin. Deshalb gehe ich da so mal durch. Dann haben wir noch ein, uh, auf Keschink, ein Mock. Das sieht verdammt cool aus, muss ich sagen. Also die ganzen Pflanzenteile und so weiter. Ich glaube, nur als Tipp, man könnte hier, glaube ich, noch ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, indem man verschiedene Pflanzenteile benutzt hier für den Boden. Also weil so ist es einfach nur grün und dann halt die verschiedenen Pflanzenteile drauf. Nur wenn man sich, wenn man die Pflanzenteile halt noch ein bisschen abwechselt, könnte man da, glaube ich, noch ein bisschen mehr rausholen. Dann haben wir hier die Droid Gunships, die ganzen Druiden, die hier auf den Strand zulaufen. Das gefällt mir schon ganz gut. Und hier natürlich noch ein Riesenfelsen, wo dann halt die Klon-Trooper auch sitzen können und so weiter. Finde ich gut. Ich glaube, das hier hinten ist dann sogar die Rettungskapsel von Yoda, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Dann haben wir hier nochmal zwei Swamp-Speeder, die dann hier noch geparkt sind. Hier oben so ein Baum, Kommando-Baum. Da sitzt dann bestimmt auch Yoda drauf. Dann haben wir hier nochmal aus Solo, Star Wars Story. Also das hier ist ja auch ein Solo, diese Szene auf Mimban. Da auch diese Mimban-Trooper, die finde ich super, super cool. Und hier die Details mit dieser Kette oben drauf. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Also sowas dauert auch lange, bis man sich sowas ausgedacht hat. Ach hier, schaut euch das mal an. Dann haben wir dann hier nochmal eine andere Perspektive mit diesem Walker nochmal mit dazu. Und hier unten der Schützengraben. Sieht mega, mega cool aus. Also vor allen Dingen auch diese ganzen einzelnen Teile, die halt wieder hier dann für Abwechslung sorgen, mag ich sehr gerne. Dann haben wir nochmal eine weitere Perspektive auf Kashyyyk. So wie dann nochmal von oben. Und hier haben wir noch einmal eine Clone Wars Schlacht auf einem Schneeplaneten. Vielleicht Orto Plutonia oder vielleicht auch Hoth. Da seht ihr dann hier zwei AAT-Läufer. Und Jar Jar Binks ist natürlich hier auch am Start vorne am AAT. Und hier kommen dann die ganzen Klone aus dem Tor vorne raus. Ich finde, das ist eine coole Idee. Also ich meine, es können ja natürlich auch Droiden auf dem Schneeplaneten sein. Nur ich glaube, da bräuchte man dann auch Snow Trooper, also Snow Clone Trooper. Weil die Rüstung ja glaube ich auch nicht dafür gemacht ist, auf dem Eisplaneten zu kämpfen. Genau so viel für Anakin. Aber das ist ja alles kreative Fantasie. Vielleicht ist es ja auch ein Eisplaneten, auf dem es super warm ist und die schwitzen alle. Kann auch sein. Kann es ja bei Star Wars geben. Dann müssen wir hier noch einmal wieder dahin gehen. Wenn ich hier nicht ganz genau drauf klicke, dann verklickt sich das zur Seite und dann funktioniert es wieder nicht ganz. Das Programm werde ich beim nächsten Mal definitiv nicht benutzen. Haben wir hier nochmal die große Halle von Hogwarts. Finde ich auch super. Also ich glaube, die Teile, die hier mit dabei sind, die kommen großen Teils aus der richtigen Lego großen Halle. Und da kann man ja auch einfach mal was Neues, Kreatives draus bauen. Finde ich cool. Hier vorne seht ihr, ach ich, ach so, ich glaube, das ist gar nicht die große Halle von Hogwarts. Ich glaube, das ist das Bootshaus. Hier geht die Treppe dann nach oben zu Hogwarts. Ah, das macht auch Sinn. Okay, das ist schon das nächste. Aber das macht Sinn. Ich glaube, das ist das Bootshaus, weil hier vorne das Boot reinfährt. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache. Wurde ja von Lego bis jetzt nur im Minimaßstab nachgestellt. Haben wir hier einen Vulture-Droid. Sieht auch mega cool aus hier mit den Schrägen an der Seite. Cool, sehr, sehr cool. Also ich würde es wahrscheinlich nicht kaufen, weil ein Vulture-Droid halt so ein Nischenprodukt ist. Aber wie er das hier umgesetzt hat, ist nicht schlecht. Haben wir hier nochmal irgendwie so ein Gated Community. Hier oben Wolverine. Ach, kann das sein, dass das die Anfangsszene aus The Wolverine ist? Also diesem Wolverine-Einzelfilm. Da war ein bisschen danach aus. Aber ich weiß es leider nicht, was genau das jetzt ist. Auf jeden Fall ist das hier der Truck aus dem Spider-Man vs. Vulture-Set. Fahrrad auch in der Wohnung. So muss es sein. Schön in der Quarantäne-Zeit zu Hause trainieren. Dann haben wir hier nochmal, wow, wow, wow. Hier haben wir nochmal eine, ach schade, jetzt kommt da kein weiteres Bild. Kommt bestimmt gleich noch ein Bild. Sehen wir es genauer nochmal aus meiner Perspektive. Aber wir sehen hier schon so, ich denke mal so eine asiatische City. Einmal hier, wie die auf den einzelnen Pfählen hier kämpfen. Hin und her hüpfen. Gegeneinander antreten. Dann sehen wir hier, wie die da halt in dem Innenhof stehen und immer so, ja, den Arm ausstrecken. Dann den Arm in eine andere Richtung ausstrecken. Ihr wisst, so Kampfkoordinationstraining. Und dann schaut euch hier mal das Dach an. Wie cool das aussieht mit diesen Round Bricks. Riesen, riesen Respekt. Und dann hier oben noch der Felsen, wo dann noch einer hochklettern muss und sein, was weiß ich, Chi finden muss. Keine Ahnung. Mega cool. Ich hoffe, dass wir hier gleich noch eine andere Perspektive bekommen. Dann haben wir hier nochmal den Schützenpanzerwagen. Den hatten wir beim letzten Mal schon mit dabei. Dann haben wir hier nochmal die Vorlage dazu. Und dann sehen wir hier nochmal, wow, eine schöne große Burg, die wohl scheinbar auch aus Harry Potter-Teilen gebaut ist. Aber was soll man anderes machen, wenn Lego da keine richtigen Teile mehr rausbringt. Die sieht mega cool aus. Also es muss ja nicht immer detailliert sein, aber hier sind einfach viele Türme, viele Wege, wo man halt die Soldaten hinstellen kann und kämpfen lassen kann. Das liebe ich. Das liebe ich an solchen Burgen. Hier vorne auch mit den Felsen. Sehr, sehr cool. Hier die Zugbrücke. Da hinten geht es, glaube ich, noch weiter mit den Türmen. Ja, da sehen wir es hier. Da ist noch eine weitere Zugbrücke vorne dran. Hier noch der Baum aus dem Expecto Patronum Set von Harry Potter. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also wenn sowas rauskommen würde, würde ich es sofort kaufen. Coole Umsetzung. Das gefällt mir richtig gut. Da haben wir noch so ein kleines... Ach, ich glaube, das ist ein Tiny House. Kann das sein? Also meine Schwester redet immer von so einem Tiny House, was sie irgendwann mal haben will. Und das Haus sieht Tiny aus. Das seht ihr dann hier. Was hat er hier? In diesem einen Haus haben wir eine Toilette mit dabei. Da sind Streppen mit dabei. Da ist eine Bibliothek mit dabei. Da ist hier so ein kleiner Stuhl mit dabei. Könnt ihr von oben nochmal reingucken. Dann habt ihr nochmal eine weitere Perspektive auf die Toilette. Flaggen hängen hier rum. Ein Bett, ein Tisch, ein Sessel, noch ein Bett. Cool. Sehr, sehr coole Umsetzung. Vor allem hier zum Beispiel hat er auch die... Oder sie, ich weiß es ja nicht. Haben wir hier die goldenen Ringe aus der Herr-der-Ringe-Reihe als Herdplatten benutzt. Sehr, sehr cool. Und noch eine weitere Perspektive da drauf. Sowas ist cool. Sowas müsste Lego eigentlich auch machen. So ein Tiny House, was dann vollgestopft ist mit ganz, ganz vielen einzelnen Sachen. Haben wir hier nochmal eine weitere Schlacht der Ersten Ordnung. Hier sind natürlich auch andere Stormtrooper mit dabei. Aber wie gesagt, da braucht ihr euch ja nichts draus zu machen. Solange ihr damit Spaß habt, damit zu spielen, könnt ihr eigentlich auch die First Order und das Imperium gleichsetzen. Ist ja irgendwie auch... Es sind ja eigentlich auch irgendwie die gleichen. Muss man ja schon sagen. Haben wir hier das Shuttle von Kylo Ren und hier dann so einen kleinen Felsen. Sehr, sehr cool. Und auch hier die Explosion finde ich sehr, sehr gut umgesetzt. Dann haben wir noch ein Eichhörnchen. Das ist aber niedlich hier, dass es noch so eine Eichel ist. Sehr, sehr cool. Und dann hier noch ein kleines Feuer, was so einen First Order Trooper anzündet. So wie dann hier so ein Minimog aus der Herr-der-Ringe-Reihe. Wo dann hier oben Eomer hier runterspringt und die Orks angreift. Coole Sache. Coole Sache. Lurz haben wir ja auch noch am Start. Dann haben wir hier eine kleine Polizei-Wache noch. Dann geht es dann hier vorne hoch zur Treppe. Dann hier oben nochmal den Aussichtsposten. Dann haben wir hier nochmal... Es sieht nach einer Batcave aus, aber auch cool mit dem Hintergrund. Dann haben wir hier noch den Bat, das Bat-Signal. Dann hier oben die Höhle, wo er dann halt seine ganzen Waffen und so weiter hat. Batgirl, wie sie sich da rüber schwingt. Und der Joker, wie er das Ganze infiltriert. So wie dann hier nochmal Mandalorians auf dem Vormarsch, sage ich mal so, mit zwei Bäumen. Die Bäume hier auch mit diesen Teilen, die so nach unten hängen, wie bei Stranger Things, glaube ich. Da gab es es auch. Auch das finde ich schön umgesetzt. Und auch hier diesen riesen Rotationsblaster, die der eine Mandalorian hier hinter sich herzieht. Das ist schön. Dann haben wir hier nochmal Gollum, wie er zwei Elben attackiert als Minimog. Auch hier wieder mit diesen Felsenteilen. Dann haben wir hier so ein kleines Landhaus. Auch sehr schön hier, so eine Art Kopfsteinflaster hier vorne erzeugt mit diesen Noppen. Gefällt mir gut. Und hier, ah, ist das, ach nee, ich dachte gerade, das wäre die Order 66, aber das macht keinen Sinn. Jedenfalls Ella Secura, wie sie hier mit dem Panzer, da ist, also in dem Set ist sie halt drin. Gegen die Druiden antritt. Das müsste, glaube ich, noch irgendwo zu was Größerem dazugehören. Und dann haben wir hier so eine Star Wars Schlacht. Ohne Baseplates, Respekt für diese ganzen Figuren, die du hier aufgestellt hast. Das muss ja echt ewig gedauert haben. Aber so kann man es natürlich auch machen. Einfach die Figuren irgendwo hinstellen. Hatte ich damals auch, also wenn ich zum Beispiel zu meiner Oma gefahren bin, dann hatte ich immer so ein Karton, so eine Box mit dabei, wo ich alle meine Star Wars Minifiguren drin hatte. Und dann hatte ich halt keine Fahrzeuge oder sonst was. Und die haben dann sich einfach hinter, hinter dem Sofa versteckt und solchen Geschichten. Ich wette, dass ich da bestimmt schon eine Star Wars Figur irgendwo bei meiner Oma noch liegen habe, weil ich die einfach verloren habe. Finde man dann irgendwann hinter dem Kühlschrank wieder oder so. Dann haben wir hier nochmal Tacodana. Ah, Tacodana, das ist schon so ein schöner Palast hier. Habe ich, finde ich sehr cool aus dem Film, wo dann hier die Kantine von Mars ist. Dann sehen wir hier nochmal ein kleines Mock aus Jurassic World. Hatten wir im letzten Mal auch schon gesehen. Dann haben wir hier eine Basis, eine Klon, oder könnten das auch Mandalorian, ne, eine Klonbasis mit vollkommen bunten Klonen. Die gehören bestimmt auch zu irgendeinem Bataillon, was ich jetzt natürlich nicht kenne. Das, aber die Klone sehen cool aus und die Basis an sich finde ich auch ganz nett. Mit den ganzen Droiden, die jetzt drauf zulaufen, kann man auch viel dann halt umbauen. Also bei anderen Mocks ist es halt so, die Figuren haben feste Standpunkte. Zum Beispiel, wenn jetzt überall alles grün ist, kann man die halt nicht überall hinsetzen. Und das geht hier, denke ich mal, schon. Dann haben wir hier, ah, das ist, glaube ich, ich weiß den Namen nicht mehr davon. Aber das Mock an sich gefällt mir sehr, sehr gut mit den Spitzen hier, die nach vorne gehen. Diese schrägen Teile so hinzubekommen, dass die da auch halten. Das ist schon eine Leistung. Hier vorne dann auch ein paar, ja, diese, ja, schaut euch das an. Diese Stutnot-on-top-Technik ist hier verwendet, um es halt alles so hinzubekommen. Dann haben wir hier ein Flugzeug. Sieht aus wie eine Beluga hier vorne mit dem Dickkopf. Aber so kann man es natürlich auch machen. Ich meine, ein buntes Flugzeug würde ich, würde wahrscheinlich einige Leute eher einsteigen als in so ein tristes, weißes Flugzeug. Haben wir hier nochmal den Venator. Schaut euch dazu das Statement-Video an. Der Venator, der hier eingesendet wurde, kommt nicht von demjenigen, der das hier eingesendet hat. Das kommt von jemandem, der es in Österreich auf Wilhaben verkauft hat. Und dort hat dann jemand Screenshots gemacht und die hier bei mir eingesendet. Der nimmt auch nicht daran teil, aber ich habe inzwischen zu dem Kontakt aufgenommen, der den bei Wilhaben eingestellt hat. Falls hier noch irgendwelche Mox drin sein sollten, die nicht hier reingehören, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich kann sowas halt nicht zu 100% garantieren. Bitte habt da Verständnis für. Tut mir auch nochmal leid für die Geschichte, die hier passiert ist. Ja, dann haben wir hier nochmal so eine kleine Eckbasis mit Blackfront vorne drauf. Coole Sache, auf den Straßenplatten gebaut. So haben wir das damals auch gemacht. Wir hatten halt nicht genug Steine, um jetzt noch eine Baseplate da hinten dran zu hängen. Deshalb baut man das einfach hier auf der Ecke bei der Straßenplatte. Geht ja auch. Ich meine, an die Verkehrsregeln hält man sich als junger Bursche sowieso nicht. Da fahren die Autos dann eher in der Mitte auf der Straße. Dann haben wir hier nochmal den AT-AT auf Jakku, wie er dann hier eingestürzt ist mit Rey. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier nochmal aus The Mandalorian die Szene. Schaut euch mal den Baby Yoda an. Ich weiß nicht, was das für ein Kopf ist. Es sieht aber nach einem Custom Kopf aus. Das sieht ja sowas von cool aus. Ich finde, das sieht ja fast sogar noch besser aus als der originale Baby Yoda, den wir jetzt mit der Razorcrest bekommen. Heftig, heftig. Und vor allen Dingen auch der Korb, der Einkaufswagen, in dem er drin ist. Dann haben wir hier nochmal die beiden Bösen, die den halt angreifen. Schöne Sache, nochmal ein weiteres Bild auf den Vulture-Droid. Der kann auch noch stehen. Ist doch cool. Haben wir hier Anakin vs. Obi-Wan. Obi-Wan natürlich den Highground. Hatten wir aber, glaube ich, beim letzten Mal auch schon drin. Haben hier einen Burgerladen mit dem Skateboard vorne dran. Und ganz viele Leute, die hier im Burgerladen drin sind. Könnt ihr noch... Ach hier, hier Hotdogs könnt ihr natürlich auch essen und Croissants auch. So muss das sein. Vielfalt beim Burgerladen. Dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Baum und so eine kleine Ruine, die hier dann noch ist. Ich glaube, das ist ein Mikro-Build. Das macht Sinn. Sieht aber interessant aus. Haben wir nochmal Boom Squad Trooper auf so einem kleinen Fahrzeug drauf. Dann haben wir hier nochmal die... Sieht aus wie die Ghostbusters Feuerwache. Aber ich glaube, das ist eher ein Juwelier. Weil er hier unten auch zum Beispiel die Scheiben halt geschützt hat. Also beim Juwelier sind ja auch immer so Gitter vor den Scheiben, damit man da nicht einbrechen kann. Dann, oha. Schaut euch das an. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon drin. So eine Brio-Bahn soll das, glaube ich, sein. In der Lego-Umsetzung. Sieht mega, mega cool aus. Vor allen Dingen hier diese Noppen, die hier vorne dran sind. Das erinnert man sich ja natürlich, wenn man mit Brio gespielt hat, sofort dran, dass die halt so ineinander stecken. Dann, krass, ein iPod. Oder kann auch sein, dass es ein iPhone ist. Keine Ahnung. Ich hatte damals ein iPod. Und habe damit dann Lego Harry Potter auf dem iPod durchgespielt. Die 1 bis 4. Das war, oh Gott, wie viel Zeit ich dafür aufgewandelt habe. Das war ja nicht mehr schön. Dann haben wir unten natürlich die Lautsprecherbüchsen, die dann da unten rauskommen. Und dann halt hier die Kopfhörer. Coole Umsetzung. Gefällt mir richtig gut. Ich denke, das hier, das ist bestimmt das Ladekabel oder sowas. Dann haben wir hier nochmal Coronavirus-Rate auf die Klopapierrollen. Ich habe aber noch keinen Laden gesehen, wo man die Klopapierrollen einzeln kaufen muss. Ja, ach, schön. Schön fotografiert. Auch mit der Perspektive von oben, dass man alles erkennt. Das hatten wir bei den anderen Fotos nicht überall. Finde ich eine schöne Umsetzung. Dann haben wir hier nochmal einen Leuchtturm, der auch sehr cool gebaut ist. Hier mit diesen einzelnen Kanten, die da außen drum herum gehen. Oben dann noch mit verschiedenen Vögeln oben drauf. Und hier geht es dann unten zum Strand. Schön. Sowas braucht man in der Legostadt auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ach, hier die ganzen grauen Steine, die hier verwendet sind, um das hochzuziehen. Das schmerzt im Geldbeutel. Dann haben wir noch ein kleines Schiffchen. Das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch drin. Ich glaube, so wie das Krokodil. Dann haben wir hier noch ein Doppeldecker-Flugzeug. Sehr, sehr schön hier auch mit der Start-Not-On-Top-Technik. Hier ist ja überall keine einzige Noppe, außer hier vorne zu sehen. Krass. Sieht sehr, sehr cool aus. Und die Farbe finde ich auch interessant. Dann haben wir hier nochmal von dem Jurassic World Park einen Triceratops, wie er hier über den Bach springt. Bach mit einzelnen Steinen halt einfach nur gelegt. Also einfach die einzelnen Steine da reingeworfen quasi. Man kann die natürlich auch alle aufeinander stacken, aber das dauert ewig. Dann haben wir hier nochmal andere Perspektive. Wenn wir dann hier die... Ach, okay, das gehört gar nicht zu dem anderen, was wir vorhin gesehen haben. Aber sehr schöne Natur hier auf jeden Fall mit dem Baum. Könnt ihr sehen, da hat er dann die Einflügel an diese Brick-Modifies herangesteckt, um so eine Tanne zu erzeugen. Und dann, ah, der Triceratops kämpft hier gegen die beiden Raptoren. Sieht schon schön aus. Andere Perspektive. Und dann hier ein First Order Troop-Transport, so wie er im Buche steht. Da passen wahrscheinlich nicht richtig Truppen rein, den wir jetzt von Lego gehabt haben. Da haben ja nur, ich glaube, 10 Truppen maximal reingepasst, wenn man sie übereinander gestapelt hat. Hier passen bestimmt 20 rein, würde ich schätzen. Dann haben wir hier, ah, die Titanic. Hatten wir beim letzten Mal auch noch... Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich gegähnt. Ich weiß nicht, ob ich es daran gedacht habe, das hier rauszuschneiden. Falls ihr noch hier mit dabei seid, schreibt mal gerne Hashtag durchgehalten in die Kommentare. Das interessiert mich echt. Ähm, haben wir hier die Titanic mit einzelnen Teilen nochmal. Ich glaube, ach, das sind die Rettungsboote wahrscheinlich. Das macht Sinn, ja. Und hier nochmal den Demogorgon aus Stranger Things als UCS-Set. Super, super cool hier unten. Zum Beispiel mit den Säulen als Beine. Mit dem riesigen, mit dem riesigen Maul hier oben dran. Sieht cool aus. Bräuchte man eigentlich bei sich im Regal nochmal. Als weiteres Stranger Things-Set. Wer weiß, vielleicht, je nachdem, wie weit es jetzt noch mit Stranger Things geht bei Netflix. Dann haben wir hier, also ich glaube, das ist ein Wohnwagen und das ist auch ein Wohnwagen, oder? Also warum hängt man zwei Wohnwegen aneinander? Habe ich jetzt wahrscheinlich wieder falsch interpretiert. Aber kann auch sein, dass es ein XXL-Laster mit Knickgelenk in der Mitte ist. Das kann natürlich auch sein. Weil der hat ja noch nur zwei Räder. Naja, aber hier ist jedenfalls auch ein Skateboard, ach, Surfboard mit oben drauf. Dann haben wir nochmal weitere Perspektiven da drauf. Dann seht ihr hier nochmal so eine Rakete, würde ich sagen. Oder Rettungskapsel. Einen kleinen, ähm, einen kleinen Bagger. Auch sehr, sehr schön hier mit den, ähm, also hier könnt ihr einmal sehen, da, wenn ihr das halt hier oben zusammendrückt, dann fährt sich auch dieses, dieses Pneumatik, nein, ich ist nicht Pneumatikteil, es sind einfach nur zwei Lego-Elemente, die halt ineinander greifen, ein. Und die Bautechnik hier hinten auch super schön, kennt man gar nicht aus der City-Reihe so. Haben wir hier nochmal einzelne, nochmal so einen Anhänger mit dabei, so einen kleinen, ähm, Mini-Bagger auch mit so einem Ding, würde ich mal so gerne durch die Gegend fahren und irgendwas aufbuddeln. Dann haben wir hier, ähm, ich glaub den, vielleicht soll das, ich glaub das soll der Todesstern sein, mit dem Sternzerstörer dann oben drauf. Oder kann auch sein, dass es ein anderer Planet ist. Kann auch, kann auch sein, dass das hier die Oberfläche von Kejimi sein soll, aus Star Wars Episode 9. Das ist noch zu einem anderen Mock mit dazu gehört. Hm, das weiß ich jetzt leider gar nicht genau. Hier noch so ein Aufklärungsdroide. Dann haben wir hier, uh, das sieht ja mal krass aus. Dann haben wir hier, ähm, Menschen, beziehungsweise Soldaten gegen, ähm, Roboter. Mit ein paar Waffen hat er auf jeden Fall. Dann kommt hier so ein Jet und Feuer und schießt den ab. Und die Soldaten kämpfen dagegen. Soldaten sind, glaub ich, auch Custom-Figuren, soweit ich dann weiß. Hier unten sehen wir dann die Menschen. Ja, die Menschen sind halt hier unten noch auf dem Markt, kaufen Bananen. Warum, warum denn nicht? Finde ich aber eine coole Sache, dass man das so übereinander baut. Und vor allen Dingen, dass es auch stabil ist und wirklich hält. Dass, ähm, jeder, der das noch nicht selber gemacht hat, wird das jetzt wahrscheinlich noch nicht nachvollziehen können. Dann haben wir hier noch so eine kleine, ähm, Klon-Versus-Droiden-Armee. Dann haben wir hier einen Y-Wing-Pfizer, der abgestürzt ist. Ein AAT. Und hier noch so eine kleine Klon-Basis. So, wie gesagt, so hab ich das früher auch immer gebaut. Dann haben wir hier nochmal verschiedene, äh, Resistance-Trooper, die dann hier die Mandalorians angreifen. Ich glaub, das hier ist Queerland-Versus, wie er einen Mandalorian absticht. Ähm, ja. Warum nicht? Kann man mal machen. Dann hier nochmal eine Festung. Ah, ich glaub, das soll eine Elben-Festung sein mit, äh, Sranduil hier hinten dran. An so einen kleinen Berg hier dran gebaut. Dann ist hier das Wasser. Hier greifen dann die Orks an. Arzog haben wir hier. So einen, äh, Schlangentypen von Ninjago. Ja, so kann man das bauen. Also, ich mein, das ist ja, das sieht jetzt nicht wirklich nach einer Burg aus, aber es ist halt eine kreative Burg, mit der man dann auch spielen kann. Finde ich cool. Dann haben wir hier nochmal, ach du Schande, was ist das denn? Das sieht aus wie, also das hier sieht aus wie eine Schlange. Und das hier sieht aus, als ob die Schlange gerade ein Hühnchen gegessen hätte. Jedenfalls, vielleicht ist es ein Schlangenhaus. Das kann ja auch sein, dass die Schlange in dem Dings wohnt. Und hier oben steht dann Reinhard von Overwatch drauf. Wahrscheinlich ist das irgendein Overwatch-Insider. Aber Schlangen habe ich echt Angst vor. Da bin ich, äh, ja, gar kein großer Fan von. Aber die Schlange braucht natürlich auch ein Lego-Haus. Warum nicht? Dann haben wir hier nochmal eine weitere Basis, Droiden-Basis. Ähm, haben wir hier vorne einen Droiden, der hier am Steinmeißel ist. Der ist bestimmt ein Gefangener. Wie auch noch eine Gefangenenzelle. Eine Treppe, die hier nach oben führt. Auf einer grauen Baseplate. Tja, solange man damit spielen kann, ist das doch alles gut. Dann seht ihr hier, ähm, so einen kleinen Funkturm, der exportiert. Sehr interessant, wie das hier gebaut ist mit der Explosion. Ein bisschen Wasser seht ihr hier vorne auch noch, so schöne Übergänge. Hier seht ihr dunkelblaues Wasser, dann seht ihr etwas helleres Wasser, dann seht ihr ganz hellblaues Wasser. Hier seht ihr noch von unten so, 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 diese Palmenpflanzen, die darunter hängen. Ihr wisst, ihr wisst besser, was ich meine. Haben wir hier nochmal einen, ich glaube, es ist ein Mustang. Sieht auch gut aus. Äh, vor allen Dingen hier mit den schwarzen Linien, die hier dann noch rüber gehen. Warum nicht? Dann haben wir nochmal ein kleines Tatooine-Mock. Hier dann mit dem, ähm, ach man, ich vergesse den Namen von diesem Viech immer. Also, es ist, es ist peinlich, aber hier haben wir den Stormtrooper drauf, den, äh, den Sandtrooper. Hier nochmal den neuen Lux Landspeeder. So wie dann hier hinten den, ähm, Sandcrawler, so wie Obi-Wans Hütte. Also, es gibt wohl doch Fans vom Sandcrawler und von Obi-Wans Hütte. Dann haben wir hier noch so einen, ähm, Droiden, der halt hier auseinanderfliegt, den die gerade, ähm, Obi-Wan andrehen wollten. Dann haben wir hier nochmal, ah, irgendwoher kenne ich dieses, diesen, ähm, dieses, äh, Tier. Ich weiß aber nicht genau, woher. Der ist dann nochmal hier in groß umgesetzt. Finde ich gut. Erkennt man auf jeden Fall wieder. So wie dann hier nochmal ein Microscale Backend mit Zaun vorne dran und großer Eingangstüre. Sieht schön aus. Also, das könnte man ja gut in die Architektur-Reihe so integrieren. Oh, stellt euch mal vor, eine Architektur-Hobbit-Reihe, beziehungsweise der Herr-der-Ringe-Reihe. Das wäre ja echt, das wäre echt der Hammer. Dann haben wir hier nochmal einen weiteren Planeten mit, ähm, Mikrofiguren. Habt ihr dann hier Kyrens Shuttle, einen TIE-Fighter, der jetzt noch ins Bild gehalten wird. Ähm, ja, sowas kann man halt zum Beispiel mit diesen ganzen Mikro-Builds machen, die man immer in den ganzen Adventskalendern und Star-Wars-Magazinen drin erhält. Dann haben wir hier, äh, Weihnachten mit einem Mandalorianer und Yoda. Ich denke, Yoda ist, ach nee, der Pork ist der Weihnachtsmann und Yoda darf hier auspacken. Schön, schön. Hier dann nochmal, das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon, hier der See, der mit den Trans-Clear-Teilen dann gebaut ist. Finde ich cool. Sowie dann, ähm, einen Tag am Strand mit, mit Spinnenweben ganz vielen. Und dann hier vorne noch eine Pferdeshow. Ach, die Pferde können hier wahrscheinlich irgendwie, ach nee, doch, das ist eine Rutsche. Und die Pferde sind einfach nur so da und reiten halt hier über den Strand. Habt ihr hier nochmal so ein kleines Meer mit ein paar Surfer noch mit dran. Ach, die Surfer, die kommen hier raus und dann können sie hier auf den großen See drauf surfen. Haben wir nochmal, ja genau, nochmal die große Basis, die hatten wir beim letzten Mal auch schon im Video drin. Hier sehr schön mit der Schräge gebaut. Vor allem schaut euch auch mal hier im Hintergrund diese großen Regale an. Dann haben wir nochmal so ein kleines Dojo, Spinjitsu Dojo. Das hier ist zum Beispiel eins der ersten Ninjago-Sets gewesen, das hatte ich damals auch. Und das hier ist zum Beispiel eins aus der Ninjago-Movie, glaube ich, gewesen. Dann haben wir nochmal eine kleine Pirateninsel mit zwei Schiffen. Und nochmal mehr Piraten. Ich glaube, der Piratenkopf, der gehört nicht zu dem Pirat, der gehört eigentlich aus der Vikings-Reihe, so einem Wikinger. Kann ich mich noch daran erinnern, das war der Chef-Wikinger mit den roten Hörnern an der Seite. Rotröcke sind ja auch noch mit dabei. Und dann hier die XXL Sail Barge, hatten wir beim letzten Mal auch schon. Guckt euch das Video genauer an. Dann, da seht ihr die auch nochmal. Dann haben wir hier nochmal UCS Brickstory. Sehr, sehr cool. Finde ich schon schön hier. Nur die Noppen sind halt nicht rund, aber macht ja nichts. Dann haben wir hier nochmal mich als Lego-Stein mit den Haaren oben drauf. Die Brille fehlt zwar, aber so sieht es eigentlich auch ganz cool aus. So sieht man halt, also weil die Lego-Figur, die hier aus der Minifiguren-Serie kommt, die hat ja nur sechs Noppen. Und mein Logo hat ja acht Noppen. Vielen Dank für die Umsetzung. Haben wir hier noch ein kleines Mock auf einem, ja, also es sieht aus, als ob es auf Ägypten wäre. Aber in Ägypten wäre. Sie seht ja verschiedene Imperiale hier, die eindringen. Und hier nochmal eine, ja, so eine, ach, schaut euch das an, so ein Dorf am Meer, wo dann hier ein Bogenkürze rauskommt und die alle abschießt. Sieht cool aus. Vor allen Dingen hier das Fachwerk gefällt mir gut. Gab es, glaube ich, früher auch in verschiedenen anderen Sets. Dann ein, äh, Sandplaneten. Da könnte man hier gut noch irgendwas integrieren, denke ich, weil so sieht es ein bisschen leer aus. Dann XXL Star Wars Schlacht. Ähm, oh man, ich werde, wir sind schon eine halbe Stunde hier am Aufnehmen. Aber, wir müssen durchziehen. Jedenfalls seht ihr hinten einmal dieses von Ninjago. Normalerweise schneide ich so Hygiene immer raus, aber manchmal, ich, ja, ich bin halt Student. Ich bin halt manchmal müde, ist halt so. Dann haben wir hier nochmal einen Millennium Falcon, so wie dann ein Droid Gunship, den abgestürzten Anakin, ach nee, das ist Plokons, Jedi Starfighter. Ja, so muss man das machen, wenn man nicht genug Baseplats hat und trotzdem eine Riesenschlacht machen möchte. Haben wir hier nochmal Clone Trooper gegen ein paar Droiden. So wie dann hier eine, ach, schaut euch das an, hier geht es dann die Klippe hoch. Dann haben wir hier oben Kanonen, alles schön verteidigt. Dann haben wir hier verschiedene Häuser, hier oben auch nochmal mit einer Kanone drauf. Ach, so eine große Piratenstadt würde ich auch gerne mal als Mock bauen. So was wie dann halt Port Royal aus Pirates of the Caribbean. Ist sehr, sehr cool. Dann haben wir hier nochmal, oh, das ist jetzt brutal. Die Wookies exekutieren hier Leute. Und Königin Amidala guckt dazu. Alles klar. Und zwei Han Solo aus dem Battlepack bewachen sie dann. Okay, haben wir hier noch ein kleines Auto mit Eisenbahnanlage im Hintergrund. Das ist doch schön gebaut hier mit dem Schräge. Sieht halt aus wie ein Pickup-Chuck. Haben wir nochmal einen XXL-Panzer. Sieht ein bisschen breit aus. Nochmal so ein Fahrzeug mit Rädern unten dran. So wie zwei andere Panzer. Der eine Panzer hier natürlich ein bisschen kleiner. Der andere dann, ja, das wo, also das würde ich Panzer nennen. Die anderen sehen hier, der hier sieht schon echt sehr, sehr breit aus. Aber wahrscheinlich gehört das auch so. Ich kenne mich mit Militärsachen absolut nicht aus. Dann haben wir hier Luke vs. Kylo Ren. Schöne Sache, wie die dann hier alle daneben sitzen und sich das angucken. Coole Idee. Dann haben wir hier nochmal Mandalorians gegen Stormtrooper. Aber cool, ich würde mir mal so ein Set wünschen. Also einfach Mandalorians, ganz viele in einem Set und dann halt die ganzen Stormtrooper. Mega cool. Dann haben wir hier, ah, cool, einen Kran. Könnt ihr wohl hier hinten dran drehen, damit er sich dann halt hier das ablässt und hochzieht. Das sieht interessant aus. Ich denke noch mit den ganz früheren Technikelementen dann hier gebaut. Ja, genau. Dann haben wir hier nochmal Bilbo Beutlin. Und ich weiß jetzt nicht, wo genau die hier sind, weil da unten ist Beon noch. Und da geht es halt nochmal runter. Aber es sieht interessant aus wie mit dem hier oben und dem da unten. Haben wir nochmal einen Truck. Den hatten wir beim letzten Mal auch schon drin. Und so wie dann hier nochmal so eine... Ach, das... Ah, Indiana Jones und der Tempel des Todes. Das ist die Brückenszene, wo die dann hier runterfallen zu den Krokodilen. Ähm, ich denke mal, dass er oder sie keine Indiana Jones Figuren hat. Und deshalb sind hier halt keine Indiana Jones Figuren zu sehen. Ähm, ist natürlich die Sache, das kommt ja aus 2008, die Reihe. Deshalb sind die, gibt es die halt heutzutage nicht mehr so leicht. Jedenfalls würde ich gerne wissen, was die Funktion hier oben mit dem Zahnrad macht. Dann haben wir hier nochmal... Ach, ein riesiges Star Wars Mock mit sogar einem... Ähm, mit diesem First Order Heavy Walker oder sowas. Cool, cool. Sieht schön aus. Vor allen Dingen hier mit den Flammen. Die sind interessant gebaut. So was ist natürlich gar nicht so einfach. Dann haben wir nochmal das Vogelhäuschen aus dem letzten Video. So wie dann hier die... Ähm, dieses Tor, wo wir dann hier durchgehen. Dann haben wir hier nochmal Obi-Wans Hütte als UCS-Modell. Hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei. Dann hier nochmal ein Elgin gegen verschiedene Stormtrooper. Gab's, glaub ich, glaub ich, beim letzten Mal auch schon im Video. Noch eine kleine Basis. So könnt ihr es zum Beispiel auch machen. Einfach so eine Mauer da drum ziehen. Und dann halt die Minifiguren da reinstellen. Dann habt ihr halt auch eine kleine Basis. Ihr müsst es ja nicht unbedingt von oben zu machen. Bei mir waren die auch immer nur so hoch, wie halt die hier diese Teile gewesen sind. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Den Hangar, den hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei. Dann hier noch eine kleine... Ähm, kleines Duell Resistance vs. First Order. Ich weiß... Es sieht aus, als ob es auf Taekodana sein soll. Weil da kommen ja die Starfighter dann. Und da ist ja auch Kyle Rants Shuttle. Und die Festung sieht hier so ein bisschen danach aus. Sieht interessant aus. Haben wir nochmal den First Order Trooper. Ja, okay, das muss auf Taekodana sein, glaub ich. Noch eine kleine Straße hier dann mit so einem Gehweg an der Seite. Eingezäunten Gehenweg. Dann sehen wir hier nochmal eine kleine Garage mit Feuerwehrmännern. Und ein Gabelstapler steht hier auch noch drin. Mhm, mhm. Dann haben wir hier nochmal... Aha, ein Custom... Ähm... Ein Custom Resistance Starfighter. Mit Poe Dameron mit dabei. Mit BB-8 am Start. Dann haben wir hier nochmal einen Endzeit Hot Rod. Den gab es beim letzten Mal auch schon. Also wenn ihr die Sachen, die ich jetzt schneller überspringe, die gab es beim letzten Mal im Set auch schon. Dann haben wir nochmal den Interieur von einem Piratenschiff. Sieht interessant aus. Wie wird das Piratenschiff gerne noch sehen? Ja, da haben wir es. Ah, eins von den Rotröcken dann. Mit den beiden Flaggen hier dran. Ach, Piratenschiffe sind schon was Schönes. Mit... Ach, mit zwei Decks. So wie es hier aussieht auch noch. Das seht ihr dann hier oben. Haben wir sechs Kanonen insgesamt dabei. So was wird es bei Lego, glaub ich, nie geben. Ich glaube, die maximale Anzahl an Kanonen in einem Lego-Schiff waren, glaub ich, vier im Imperial Flagschiff. Oder drei. Ich weiß gar nicht so genau. Pirate Bay hat auf jeden Fall drei Kanonen. Das ist schon ein schönes Schiff. Von auf... Ach hier, da haben wir auch noch eine Galleonsfigur. Sieht aus, als ob es ein Mann ist diesmal. Mal keine Meerjungfrau. Dann haben wir hier nochmal so ein kleines Microscale-Mock. Ja, da fehlen mir jetzt noch ein bisschen die Figuren. Dann, ach, die Flying Dutchman. Die hatte ich beim letzten Mal im Thumbnail drin. Da kamen die leider nicht in dem Livestream, den wir da gemacht haben. Jedenfalls seht ihr hier Davy Jones, wie er am Steuer steht. Das Steuerrad ist dann halt so ein Schredderrad, was es auch zum Beispiel irgendwie, ich glaube, in so einer Baumüllpresse gab. Dann seht ihr hier die ganzen Kanonen, die da rausgucken. Die Segel, hier ist schön mit so einem Samttuch, sowas hat er damals, meine Mutter hat damals mit sowas gebastelt. Schön umgesetzt. Ich finde das Schiff einfach nur cool. Also auf jeden Fall weitermachen. Ja, an manchen Stellen ist es noch ein bisschen kantig, ja. Aber es ist ein Flying Dutchman. Dieses Schiff müsste Lego uns unbedingt auch mal geben. Würde ich direkt kaufen. Ich wäre der Erste im Lego-Store, kein Scherz. Dann haben wir hier nochmal, ach, schön. Seht ihr das hier mit der Perspektive wieder? Das ist schön fotografiert. Dann haben wir dann hier nochmal, ach, schaut euch die Droiden hier an. Wir haben ja dieses, ja, diese Art Regenrinne. Ich weiß nicht genau, wie das dann heißt. Jedenfalls steckt da hinten so ein Hebel drin. Und dann seht ihr, guckt da hinten die Antenne raus. Das ist eine coole Bautechnik. Das muss ich auch mal ausprobieren. Dann seht ihr hier die verschiedenen Clone Trooper, die da noch gegen antreten. Das ist der riesige Geschützturm. So wie Obi-Wan dann im Hintergrund. Und da kommt, ach, da kommt auch eine andere Perspektive. Hier mit Lichtern auch noch überall schön gearbeitet. Okay, kann auch sein, dass die nachträglich noch eingeführt wurden. Können wir jetzt nicht genau sehen. Ja, Grievous, hier gegen den Jedi. Sehr, sehr schön. Vor allen Dingen die Perspektive bei denen, die man hier angewendet hat, ist schon wirklich beeindruckend. So, jetzt habe ich wieder irgendwo daneben geklickt. Mal wieder. Müssen wir mal wieder jetzt hier irgendwo rein, wo wir hin müssen. Ja. Es wird jetzt einfach ein Uncut-Video. Ich unterhalte euch jetzt mal hier einfach so. Ich erzähle mal so. Was mache ich gleich noch? Wir haben es jetzt gerade 12.54 Uhr. Und ich werde gleich noch einkaufen gehen und mir irgendwas Schönes zu essen holen. Ich weiß gar nicht, an welchem Tag ihr das jetzt genau seht, hier, wo ich das veröffentliche. Aber wir sind schon echt weit gekommen. Es ist nervig, wenn man das immer wieder alles nochmal durchklicken muss. Aber gleich sollte es soweit sein. Ja, da waren wir gerade. Flyengagement, dann das Mock, genau. Dann haben wir hier nochmal eine weitere Basis. Ach, das ist noch eine andere Perspektive hier. Kommt sogar noch ein Y-Wing oben drüber, ein A-Wing steht hier auch noch drin. Cool. Und vor allen Dingen hier diese, das ist auch eine schöne Bautechnik, wenn man hier die, oder eine schöne Idee, wenn man hier noch eine kleinere Basis neben die größere integriert. Finde ich schön. Dann haben wir hier nochmal Ahsoka's Mandalorian Starfighter. Also mit dem flieht sie ja, glaube ich, irgendwie. Ja, sieht cool aus. Also fast besser als das Lego-Set, würde ich sagen, von dem Aussehen her. Dann seht ihr nochmal eine Yacht, die im Hafen gelandet ist. Schöne Umsetzung hier mit diesen ganzen Technik-Bricks, die dann halt diese Löcher drin haben. Das sieht halt so aus wie so Kuck-Augen. Iona heißt das Schiff, glaube ich. Dann haben wir nochmal auf Dagobar. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei. Das ebenso. Dann hier nochmal den Ford Mustang. Der war letztes Mal auch mit dabei. Wenn hier ein Clone Trooper, der sich hier rüberschwingt, das müsste, ja, das gehört hier zu dem Mock. Ja, also für die Größe von dem Mock hat er echt viel rausgeholt. Wie er sich hier rüberschwingt, dann haben wir noch den anderen Clone Trooper. Schöne Sache. Und hier unten die Klippe, auch noch mit diesen einzelnen Elementen, die hier rausgucken. Finde ich schön gelungen. Für dieses Gunship gilt leider das Gleiche. Das wurde auch nicht eingesendet. Das wurde auch von Will Haben, von dem gleichen Menschen, der auch den Venator gemacht hat, geklappt. Von daher würde ich hier jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Der schwarze Ecto-One. Haben wir hier dann mit dabei. Mini Black Pearl. Schöne Umsetzung. Fehlen jetzt eigentlich nur noch die Segel. Aber vor allen Dingen hier mit den Slopes. Sehr schön gebaut. Haben wir nochmal Endor. Das hatten wir jetzt mal auch schon mit dabei. Und so wie dann hier nochmal. Ja, genau, das hatten wir vorhin, glaube ich, auch da die andere Perspektive. Das ist der eingestürzte ATTI-Läufer. Da seht ihr es. Dann haben wir hier nochmal einen weiteren Starfighter. Den hatten wir beim letzten Mal auch dabei. Den Traktor hatten wir auch dabei. Da gibt es, glaube ich, sogar noch, genau, da gibt es noch eine Leuchtfunktion. Dann haben wir hier nochmal eine imperiale Basis, wo die Trooper dann halt die Helme nehmen. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie hier irgendwo aus dem Nichts kommen. Also, weil die müssen ja auch gezüchtet werden. Und so, ach nee, okay. Imperiale sind ja keine Klone. Sorry. Sorry, mein Fehler. Die kommen ja auch irgendwo her. Die kommen ja einfach nicht aus dem Nichts. Die werden ja auch rekrutiert und so weiter. Ah, jetzt habe ich wieder daneben geklickt. Es ist echt zum Mäuse melken. Ich probiere jetzt mal, ob das hier klappt. Okay, es klappt so wohl auch. Hier nochmal den Y-Wing, der hier angreift. Haben wir verschiedene kleine Imperial Shuttles noch mit dabei. Ach, Imperial Dropships noch mit dabei aus dem Battle Pack. Dann kommen wir weiter. Haben wir hier nochmal ein Gunship. Ach, ein Wookiee-Gunship soll das, glaube ich, sein. Mit Luke und Yoda unten nochmal mit dabei. Schönes Teil. Also, vor allen Dingen die Formen hinzubekommen, ist gar nicht so leicht. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei. So wie dann hier eine kleine Microscale-Basis. Ich denke mal, das sind dann hier First Order Resistance Transporter. Ach nee, First Order Transporter. Ja, wenn man jetzt... Ich bin langsam auch echt schon durch. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an diesem Video. Ach, mein Gott. Jetzt habe ich wieder irgendwo daneben geklickt. Ich bin echt ein Pinsel. Dann haben wir hier nochmal einen MTT. Ah, einen blauen MTT. Hätte ich auch echt sehr, sehr gerne mal als Lego-Set. Dann haben wir hier noch... Schaut euch das an. Das ist das 75021 Republic Gunship mit dem Mod, dass es hier noch die Türe vorne zumachen kann. Das kann das Lego-Set ja eigentlich nicht. MTT finde ich cool. Müsste Lego auch endlich mal in blau umsetzen. Dann haben wir hier... Ach, das hatten wir vorhin. Da haben die Minifiguren gefehlt, habe ich gesagt. Und jetzt sind die Minifiguren hier mit dabei. Assange Ventress gegen Klone und Anakin Skywalker. So wie Savage Operator ist hier natürlich auch noch mit dabei. Dann haben wir hier nochmal die Musica Bionicles. Die hatten wir beim letzten Mal auch schon. Den Turm, der am Regal gebaut ist. So macht man das. Dann ein Fernsehturm. Könnte sein, dass es der aus Berlin ist. Würde ich jetzt mal so tippen. Aber auch eine beeindruckende Größe. Habe ich nochmal eine kleine Basis, wo der TIE Fighter noch oben drüber fliegt. Hatten wir beim letzten Mal auch Obi-Wan mit seinen 212. gegen General Grievous. Cool. Die Minifiguren, ach, die bräuchten wir auch endlich mal wieder. Und vor allen Dingen auch ohne diese Kampfmarkierungen, die die aus dem Battlepack von damals hatten. Dann Isla Secura gegen einen AAT und Droiden. So wie dann... Mensch, jetzt habe ich wieder zu salz geklickt. So wie dann hier noch einmal eine andere Perspektive. AT... AP, genau. Gegen noch mehr Clone Trooper und einen AAT. Die im Hintergrund noch fahrenden Ritter und noch ein paar Modularbuildings. Schöne Sache. Dann haben wir hier nochmal, ach, eine bunte Ritterburg. Sowas liebe ich ja zu sehen. Einfach bunt irgendwas bauen. Und vor allen Dingen sieht es eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Hier mit der Treppe, dann hier mit den einzelnen Türmchen oben drauf. Kann man bestimmt auch viel Spielspaß mit haben. Dann haben wir nochmal eine weitere Klon-Basis mit dem Starfighter aus dem Palpatine's Arrest Set. Genau, da kommt es nämlich drin vor. Mit einzelnen Leuchten. Hier nochmal. Ja, Mace Windu ist auch noch am Start. Tobias Beckett. Was der genau jetzt hier macht, weiß ich nicht. Aber der ist auch noch hier mit dabei. Und dann hier nochmal mit den Leuchten. Das sieht schon cool aus. Nur die Kabel würde ich vielleicht noch ein bisschen verstecken. Dann haben wir hier, genau, dann haben wir nochmal den Jet. Beziehungsweise das Flugzeug. Das hatte ich beim letzten Mal schon gezeigt. Da haben wir dann hier nochmal auf... Ah, ich glaube das ist auf Mandalore. Hier mit diesen... Ach, schaut euch das an, wie krass diese Mauer aussieht. Das muss ja ewig gedauert haben, die nach oben zu ziehen. Würde mich mal interessieren, was auf der Rückseite hiervon jetzt ist. Haben wir jetzt leider kein Bild von. Haben wir nochmal einen Custom-Drachen mit dem Kopf vom Indominus Rex mit dabei. Und den Flügeln, die gab es glaube ich damals in der Castle-Reihe. Sieht cool aus. Bedrohlich auf jeden Fall. Ach, und der kämpft hier jetzt gegen so ein Ninja mit Fernseher oben drauf. Sehr, sehr cool. Dann haben wir nochmal eine weitere Perspektive auf Kashyyyk. Mit einzelnen Troopern, die gegeneinander antreten. So wie dann hier nochmal einen kleinen Starfighter mit einem 501. Klon davor. Ja, 501. Klon, davon hat man leider immer nur einen. Der kann sich da auch noch reinsetzen. So gehört sich das. Dann auf Endor haben wir nochmal, ach schaut euch das an hier oben. Luke gegen Darth Vader und dann hier unten der Bunker auf Endor. Ja, so kann man das auch bauen. Mit dem Satelliten oben drauf. Wir bräuchten endlich mal auch wieder ein neues Endor-Set, finde ich. Und dann haben wir nochmal eine andere Perspektive. Ach nee, das ist gar nicht. Das ist ein neues Mock. Da verstecken sich die Klon dann hier hinter dem Speeder. Die ganzen Droiden greifen an und greifen alles an. Hier hinten der Bunker mit dem Grün noch dran. Sehr, sehr cool. Dann hatten wir genau das Haus, hatten wir auch schon mit den Spacemen an der Seite. So wie dann hier ein XXL Ewok. Sehr, sehr cool. Und dann hier die Klon-Trooper, Commander Wolf und Isla Secura, wie sie dann gegen die Droiden antreten. Hier der Tactical Droid. Ach, eine wunderschöne Minifigur. Müsste eigentlich auch mal wieder als Remake kommen, finde ich. Dann haben wir nochmal einen weiteren Starfighter. Ja, von hinten auch nochmal Riesendüsen dran. Sieht cool aus. Also vor allen Dingen hier diese Steine vorne, wie sich das so aufspitzt, finde ich, ist schön gebaut. Dann haben wir nochmal einen Formel-1-Racer mit dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, gab es sowas schon mal in der Art? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hier zum Beispiel die Reifen. Sehr, sehr cool hat er hier ausgeschnitten. Und Pirelli-Reifen draufgeklebt. Ist natürlich eine nette Idee, weil Lego hat sowas ja noch nicht gemacht, glaube ich. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Wobei ich mit Formel-1 auch nicht viel anfangen kann, muss ich ehrlich sagen. Noch ein paar Klon-Trooper, die dann hier jemanden festnehmen. Sieht so, ach nee, der Klon-Trooper macht Pause. Okay, so sieht das aus. Dann haben wir nochmal ein weiteres Fahrzeug von vorne, dem UCS-Set, was wir vorhin schon gesehen haben. Das sieht auch interessant aus mit dieser Doppel. Also da lenkt ja jedes Rad ein. Dann haben wir nochmal das andere Fahrzeug. Dann haben wir hier nochmal einen Lawrence gegen Stormtrooper. Hatten wir beim letzten Mal auch schon mit drin. Dann nochmal ein Fahrzeug. Ich glaube, das ist damals von diesem Le Mans Race Car umgebaut. Ja, 48 Stunden Race Car hieß das, glaube ich. Wir haben umgebaut. Dann haben wir noch Krenix Shuttle, wie er hier auf Musterfahr landet. Schönes Poster von Star Wars auch noch im Hintergrund. Dann der Bewachungsraum hier, den hatten wir beim letzten Mal auch schon. Dann Ray gegen die Jedi. Ach ja, gegen Palpatine. Gab es beim letzten Mal auch. Jetzt habe ich wieder irgendwo daneben geklickt hier. Sind wir hier. Genau, das ist jetzt leider ein bisschen klein gewesen. Haben wir hier nochmal verschiedene Rotröcke, die nämlich hier zu diesem riesigen Schiff mit dazugehören. Falls euch das genauer interessiert. Ach, halt. Das ist, glaube ich, ein anderes Schiff, wenn ich das jetzt richtig sehe. Nee, okay, doch. Es ist das gleiche Schiff. Oder? Ja. Müsste das gleiche sein. Ja. Jedenfalls haben wir hier so ein riesiges Schiff eingesendet bekommen. Riesenrespekt. Hatten wir beim letzten Mal genauer schon besprochen. Vor allem hier auch diese Kurve hinzubekommen. Dann die ganzen Segeltagelagen. Sowas ist wirklich, sowas dauert wirklich ewig. Und Respekt dafür. Und vor allen Dingen, wie viele Kanonen hier auch noch einfach drin sind. Ich hoffe, dass es das gleiche Schiff ist. Weil es, ach, also hier sehen wir diese Stützen. Und hier sehen wir diese Stützen. Okay, es müsste das gleiche Schiff sein. Ja. Einfach nur beeindruckend. Wirklich. Haben wir hier nochmal eine Achterbahn, die hier nach unten geht. Würde mich jetzt auch gerne mehr interessieren, was hier noch ist. Ja. Eine Riesenachterbahn habe ich hier mit dabei. Auf, basierend auf der Piratenachterbahn. Ich glaube, so ein Freizeitpark soll das dann sein. Schöne Sache. Achterbahnteile müsste es eigentlich auch mal günstiger geben, finde ich. Als jetzt nur in der großen Achterbahn. Dann könnte man auch mal so eine Riesenachterbahn bauen. Fände ich cool. Haben wir nochmal weitere Perspektiven auf das Schiff. Die Kapitänskajüte. Dann hier nochmal von der anderen Seite das Schiff. Sieht schon wirklich cool aus. Würde ich sofort kaufen. Habe nochmal das LDD-Rendering. Ach ja, okay. Das scheint dasselbe zu sein. Hier sind die ganzen Kanonen vor. Es ist wirklich cool. Wie viel Zeit und vor allen Dingen auch Geld hierfür draufgegangen sein muss. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Und so wie es aussieht, ja. Es ist das gleiche Schiff gewesen. Gut. Habe ich erst Bedenken gehabt. Das ist unterschiedlich. Hier sind Riesenrespekt für dieses Mock. Dann haben wir hier Batman vs. The Joker. Mit Robin noch dabei. Haben wir hinten nochmal Generatoren. Wenn wir das Ganze dann noch anfeuern. Und dann hier genau das. Die Resistance gegen die First Order. Hatten wir im letzten Mal auch schon mit dabei. Ha. Ein Jedi, der mit dem Brickstory Logo abhängt. Das finde ich schön. Warum nicht? Ach so. Und die anderen Jedi haben Ausbildung. Und er hängt mit Brickstory ab. Das finde ich cool. Dann haben wir nochmal verschiedene weitere Fahrzeuge. Die hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei. Der Lada hinten drauf. Dann haben wir hier nochmal so einen Minimock aus The Hobbit. Mit Smaug und Bilbo. Ach, das ist so eine Gänsehautszene. Und vor allen Dingen Smaug ist eine wunderschöne Figur. Und Bilbo aus diesem Set ist auch eine wunderschöne Figur. Dann haben wir hier nochmal. Ach du Schande. Das ist ja riesengroß. Haben wir hier aus der Lego. Also es sieht so aus, als ob es irgendwie eine Lego Ausstellung ist oder so. Einen riesigen Turm. Ich glaube, er hat das auch gebaut. Den riesigen Turm mit den Pflanzen oben drauf. Sieht cool aus. Also klar, es ist jetzt natürlich relativ simpel, so einen riesen Turm hochzubauen. Aber es dauert trotzdem lange. Könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir hier genau nochmal die Basis auf Hoth. Die hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei. Dann auf Kashyyyk mit dem Droid Gunship. Gab es mit den verschiedenen Stepspeedern. Und hier dem Trooper, der sich dann... Ach, hier verstecken sich mehrere. Die planen wohl einen Hinterhalt. Und hier seht ihr auch zum Beispiel, da sind die weißen Steine dann auf Lücke unten gesetzt, um hier halt irgendwie diese Schräge nach oben zu bekommen. Das ist auch gar nicht so leicht. Finde ich schön gemacht. Dann haben wir hier nochmal verschiedene Jedi, die gegeneinander antreten mit den Flammen, die hinten rauskommen. Und dann hier, ach, das Dual Mock. Wenn man nicht genug Steine hat, um eine Baseplate mit entweder Hoss oder Endor zu füllen, dann füllt man einfach... Dann trennt man die Baseplate einfach in der Mitte auf. Und dann hier Jedi vs. Clone Trooper mit ein paar Pflanzen dabei. Gut, ich glaube, da könnte man hier noch ein bisschen mehr auf dem Boden bearbeiten und so weiter. Aber wenn man nicht so viele Teile hat, dann ist das natürlich auch ein Problem. Ich habe hier nochmal den Sys. Eigentlich, ich glaube, das ist das von der Detail Striker von Scarif. Soll das, glaube ich, sein. Es kann aber auch sein, dass es der Fury Class Interceptor ist. Denn da kommt diese Kuppel vorne her. Ein Mini Venator. Sieht cool aus. Sieht sehr, sehr cool aus. Also ein bisschen viele Noppen noch für meinen Geschmack. Aber an sich schön. Also wir bräuchten unbedingt mal wieder ein neues Venator Set von Lego. Dann haben wir hier Gree und verschiedene Scout Trooper. So wie dann hier nochmal so ein Lava Fall. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei auf Naboo. So einen kleinen Monster Truck. Die Räder sind größer als das komplette Modell. Dann ein T-16 Skyhopper soll das, glaube ich, sein. War beim letzten Mal auch schon mit dabei. Schlacht auf Hoss. So wie dann hier nochmal eine weitere Schlacht auf Hoss. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei. Einen Sternenzerstörer. Der hat jetzt, glaube ich, ein bisschen langen Hals. Aber dann basiert er wahrscheinlich auf Rebels. Da sind die Sternenzerstörer. Da haben die halt alle so Giraffenhälse. Dann ein Mini-Todesstern. Kann man natürlich auch machen, wenn man jetzt keine Lust hat, die 500 Euro für den Großen zu berappen. So wie dann hier nochmal eine weitere Basis, wo dann der Starfighter hier nochmal landet. Schön. Und hier geht es dann nochmal nach drinnen. Dann hier, ach du Schandeln. Ein Kampf um den ATT-E-Walker. Mit verschiedenen Klon-Troopern, mit verschiedenen Mandalorianern, die hier dann alle drauf rumhopsen. Ja, finde ich cool gebaut. Basiert halt auf dem ATT-E-Walker aus 2013. Dann haben wir hier nochmal ein weiteres Star Wars Mock. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei. Dann hier nochmal ein Berg mit einer Basis hier nochmal nebenbei. Droiden-Basis ist das dann, glaube ich. Dann von 007, das Spy Who Loved Me, dieses Fahrzeug, was unter Wasser fahren kann. Hatten wir beim letzten Mal auch schon mit dabei. So wie dann hier nochmal ein Jet. Der war beim letzten Mal auch schon dabei. So wie dann hier, oha, eine riesige Klon-Basis. Die Figuren hätte ich aber noch aufgestellt, muss ich sagen. Hier geht es dann zum Wasser rein. Hier vorne haben wir noch ein Jet. Alles Mögliche zusammengewürfelt, aber so kann man das machen. Hätte ich auch damals gemacht. Hogsmeade haben wir noch mit dabei. Basiert, glaube ich, so ein bisschen auf dem Bahnhof, den wir damals aus der Winterreihe bekommen haben. Sieht aber cool aus. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Hogwarts Express. Auch so ein Hogsmeade-Set würde ich mir eigentlich schon mal wünschen von Lego Harry Potter. Warum eigentlich nicht? Dann haben wir hier nochmal ein weiteres Bild von der Horst-Basis, die wir vorhin schon hatten. Dann wie General Grievous mit ein paar Security, ach nee, Kommando-Droids hier die Basis infiltriert. Ja, das sieht doch cool aus. Vor allem hier diese Teile, die kommen, glaube ich, aus der Geonosian-Cannon von damals. Hat er dann hier als so eine Pflanze oder Gebilde benutzt. Dann haben wir hier nochmal eine weitere Burg mit dabei. Da geht es dann hier vorne, da haben wir eine Zugbrücke, nochmal ein Tor, hier vorne nochmal eine Zugbrücke. Sieht cool aus. Basiert, glaube ich, auch auf Hogwarts. Dann Kylo Ren, wie er jemanden exekutiert. Und ich glaube, ach nee, kann das sein, dass es auf Jedi Fallen Order basiert? Also, weil das ist, glaube ich, der Typ, der da im Hauptcharakter ist bei Jedi Fallen Order. Und er hat, glaube ich, auch ein Doppel-Lichtschwert, soweit ich weiß. Bräuchten wir eigentlich auch mal so ein Exklusiv-Set oder sowas zu, zu dem Spiel. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon, das Mock. So wie dann hier einen Transporter für die Sinate-Kommando-Leute mit der Treppe. Ja, sieht doch gut aus. Dann haben wir nochmal einen Truck mit dabei. Den hatten wir beim letzten Mal auch schon am Start. Genau. Dann haben wir hier nochmal die Kommando-Basis von General Brevis. Sieht cool aus mit diesem Gebilde in der Mitte. Könnte sein, dass es halt irgendwie eine Basis ist, die er gerne angreifen möchte. Dann haben wir hier nochmal das Bionicle-Schiff. Hatten wir beim letzten Mal auch schon. Nette Idee, dass das hier unten alles rauskommt. Dann nochmal eine Schlacht auf Hoth mit einem Imperial Dropship mit verschiedenen Imperialen. Ach, ach, die kämpfen gegen die SIS-Grooper. Verstehe ich jetzt nicht, warum. Aber vielleicht sind das die letzten Überreste der Imperialen, die sich nicht angeschlossen haben und müssen deshalb kämpfen. So wird es wahrscheinlich sein. Dann haben wir hier nochmal... Ach, das gehört zu dem Jet, den wir vorhin noch gesehen haben. Mit den Technik-Bricks hat er das hier an der Seite befestigt. Dann haben wir hier nochmal eine riesen Luxus-Party-Yacht. Kann ich jetzt gar nicht... Ihr habt ja ein Jet hinten drauf. Dann ist hier verschiedene Pools, ein Helikopterlandeplatz. Sowas kaufe ich mir dann auch, wenn ich irgendwann genug YouTube-Banien habe. Und ich habe gerade gedacht, er hätte das Schiff zweimal gebaut, aber das hier im Hintergrund ist wohl ein Spiegel. Das ist einfach nur riesengroß beeindruckend. Wirklich auch hier vorne der Rumpf muss ewig gedauert haben, das so herauszufinden, wie man das gerne haben möchte. Finde ich eine schöne Sache, aber hätte ich wahrscheinlich auch keinen Platz zu, das irgendwo hinzustellen. Ach, das ist schon riesengroß. Dann haben wir hier nochmal einmal so einen etwas kleineren Jet. So wie dann hier nochmal eine weitere Perspektive auf das Mock, was wir vorhin schon gesehen haben mit den Stormtroopern. Das hier weiß ich jetzt nicht genau. Das ist bestimmt auch aus irgendeinem Videospiel, so wie man das jetzt hier sehen kann. Dann haben wir hier nochmal einen mittelalterlichen Markt, wo dann Gandalf einkaufen geht. Hier einen Hobbit haben wir auch noch, Äpfel, Karotten. Ja, so ist das schön. Kann man schön ins Auenland integrieren mit einer Brücke. Dann haben wir hier Anakins Jedi Starfighter, wie er dann hier den Klonen zur Hilfe kommt. Und Luke Skywalker zur Hilfe kommt. Okay, der braucht seine Hilfe auf jeden Fall. Hat er kurz die Darth Vader Rüstung abgelegt und chillt dann so als Anakin Skywalker im Battle. Warum nicht? Dann haben wir hier nochmal eine weitere Schräge mit noch ein paar Klontroopern, Afttroopern hier sogar mit dabei. Das hatten wir beim letzten Mal im Stream auch schon. Dann haben wir hier nochmal ein, ja, ein Dropship, würde ich mal sagen, würde ich es mal benennen, mit hinten Platz für Klone mit dabei. Dann habt ihr hier nochmal ein Versteck für Finn in so einem kleineren Mock. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Dann einen weiteren Klon-Jet mit einer Rotationskanone oben drauf. Und hier ein Blasterhalter. Sehr schön. Kein Start-Shooter. So soll das sein. Dann Klone, wie sie auf einen Delophosaurus treffen. Das ist, glaube ich, der neue Delophosaurus aus 2019 aus diesem kleinen Set. Die, ach, die Brickstory nochmal als Logo mit Stein. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut mit den Augen. Na gut, das ist zwar eigentlich eine Brille, aber die Augen, also man setzt die Brille ja auch mal ab. Von daher. Ach, und die Brickstory privat beim Baden. Ja, so, ich laufe immer nackt rum und ich muss mich dann auch nicht aussehen, wenn ich in die Badewanne gehe. Genauso ist das. Und dann das Bad nochmal frei. Ist ein schönes Bad. Dann haben wir hier nochmal die Bräuerei. Die hatten wir beim letzten Mal auch schon. Sieht mega cool aus. Vor allen Dingen, es gab auch noch ein Originalbild. Sieht ähnlich zum Original aus. Mit dem Tanzen hier dann noch drin. Genau da sieht man es nochmal. Das Haus von außen. Man erkennt es auf jeden Fall wieder. Finde ich schön. Dann haben wir hier nochmal ein Micro-Bild von einem Hochhaus. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Wie gesagt, guckt euch einfach das andere Video an. Obi-Wan auf dem Holo-Tisch. Mit noch weiteren Klon-Trooper mit dabei. Und dann hier geht es die Treppe runter in den Raum. Ja, das ist doch eine schöne Klon-Basis. Müsste man jetzt eigentlich nur noch in irgendeine größere Landschaft integrieren. Dann hier von Alien. Sehr, sehr cooles Mock. Diesen Alien. Den muss ich auch irgendwann mal nachbauen. Irgendwann gucke ich den Film und dann baue ich den nach. Hier, falls ihr den nachbauen wollt, habt ihr hier nochmal das Bild davon. Dann Ahsokas Jet. Der war beim letzten Mal auch schon mit dabei. So wie dann Obi-Wans und Anakin's Jet. Und dann seht ihr hier nochmal, ach, die Basis hatten wir gerade eben auch schon. Der gecraschte Y-Wing-Fighter. Dann Kylo Ren ist hier natürlich auch mit dabei. Gut, ja, der Y-Wing-Fighter, klar, der hat da eigentlich nichts zu suchen. Der ist aus Clone Wars, aber Fantasie gehört immer mit dazu. Dann sehen wir hier jemanden, der eingesperrt ist. Und dann sehen wir hier nochmal die Großansicht mit den verschiedenen einzelnen Räumen. Mit der Treppe. Das ist doch schön. Und so ein kleines Minimog für den Arctrooper. Hat er sich verdient, dass er sich ein bisschen ausruhen darf hier. So wie dann hier ein Kashyyyk Trooper und halt ein Wookie, wie sie gegen die Droiden angreifen. Dann ein Planet, wie er den anderen Planet abfeuert. War beim letzten Mal auch schon mit dabei. Der Gryffindor-Gemeinschaftsraum von oben. Genau, da geht es ja die Treppe immer hoch. Dann haben wir nochmal so ein kleines Tuk-Tuk. War beim letzten Mal auch schon dabei. Und hier haben wir dann, genau, Tuk-Tuk kann man hinten noch aufladen. Und ach, schaut euch das mal an. Das ist sogar, das ist sogar hier nur drei. Ach nee, okay, es ist vier Noppen breit. Dann haben wir nochmal ein weiteres Cruise-Schiff. Ich denke, das ist auch die Titanic. Sieht auch cool aus. Und ich glaube, es ist auch original getreu so, hier ist ja ungefähr das Wasser. Deshalb sieht man nicht, dass es unten vorne noch so raussticht. Aber da ist vorne immer noch so ein Piekser mit dabei. Dann haben wir den ja zum Größenvergleich nochmal mit am Start. Die Schornsteine sind auch schräg. So gehört sich das. Und nochmal eine riesen Klon-Basis. Die war beim letzten Mal auch schon dabei. So, dann haben wir hier nochmal Obi-Wans Hütte auf Tatooine. So wie dann hier nochmal den Bunker auf Endor mit einem Chrom-C3PO. Der sticht einfach so draus. Ich glaube nicht, dass es ein originaler goldener C3PO ist, aber sieht schon sehr, sehr cool aus. Dann nochmal einen kleinen Venator. Der sieht schön aus. Also es gab ja auch schon mal so einen Midi-Scale-Sternenzerstörer und einen Millennium-Falken. Da würde der perfekt in die Reihe passen. Dann Mace Windu und ein paar Klon-Trupper, wie sie am Frühstücken sind. Und hier nochmal den Wasserpark. So wie dann hier den Starfighter von Han Solo. Und nochmal ein kleines Wohnhaus, wo es die Treppe nochmal mit runter geht. Das sieht doch schön aus mit der Dusche. Dann haben wir hier nochmal einen weiteren Turm. Der war beim letzten Mal auch schon mit dabei. Noch einen größeren Turm mit mehr Fenstern. Cool. Also vor allen Dingen diese Bordeaux-Roten-Steine. Ich weiß gar nicht, wo er oder sie die alle her hat. Die bekommt man fast gar nicht. Vielleicht aus dem Lego-Store. Das kann sein. Dann haben wir hier nochmal einen Tumbler von Batman halt. Sieht für den Maßstab auch ziemlich, ziemlich gut aus. Dann hier nochmal ein kleines Weltkriegs-Mock. Und nein, das sind keine Symbole, die irgendwie anstößig sind. Oder so habe ich in den Kommentaren auch gelesen, dass es manche geschrieben haben. Ja, mit dem Schlamm hier hinten noch dann Ray und Luke am Fischen. So soll es doch sein. Der Fisch liegt hier unten schon bereit. Und dann haben wir hier nochmal einen AT-Hauler. Hier sehen wir dann, ach, ich weiß gar nicht, wie die beiden heißen. Das ist eine, ich habe keine Ahnung. Diese hier ist die aus Solo-Star-Wars-Story. Und der Hauler kommt halt auch aus dem, aus Solo-Star-Wars-Story. Und die verladen hier halt gerade irgendwas in diese Boxen rein. Ich finde den AT-Hauler ziemlich, ziemlich cool. Ich habe ihn leider nicht gekauft, aber diese Funktion, dass er dann damit sowas aufgreifen kann und so, finde ich schon ziemlich cool. Gleiches gilt dann auch für die Minifiguren, die in dem Set drin sind. Also muss ich eigentlich mal gucken, dass ich das noch irgendwie besorge. Dann haben wir hier nochmal genau die Hundehütten. Die waren beim letzten Mal auch noch mit dabei. Dann haben wir hier nochmal eine kleine Basis mit einem abgestützten Jedi-Starfighter und ein paar First-Order-Soldaten, die gegeneinander antreten. Dann haben wir hier nochmal eine weitere Perspektive auf den AT-Hauler. So wie dann nochmal das Gleiche. Da war wohl doppelt drin. Ein Auto. Ich weiß leider nicht, welches Modell das sein soll. Aber hier zum Beispiel den, ich glaube, das soll dann halt der Motor sein, der hier so ein bisschen rausguckt. Sieht interessant aus. Kofferraum. Natürlich, Kofferraum muss auch am Start sein, um da halt die bunten Legosteine drin zu verstauen. Genau. Ein schwarzes Auto mit bunten Legosteinen. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon drin. Das ist, glaube ich, das ist irgendein Doktor. Ich weiß aber leider nicht, welcher Doktor das genau war. Hatte ich in den Kommentaren auch gelesen. Und wir haben gerade hier die falsche Ansicht. Das ist die Rückansicht. Genau. Da seht ihr nochmal den Schnabel mit dazu. Ach, das sieht verdammt gut aus. Muss ich wirklich zugeben. Mit den Armen Respekt für diese Leistung. Dann haben wir hier nochmal einen Königstransport mit noch ein paar Fähren mit dabei. Und die Orks dagegen antreten. So wie dann hier nochmal Kylo Ren, wie er am Schreibtisch sitzt und Darth Vader kommt rein. Ich glaube, er würde sich darüber freuen, wenn Darth Vader reinkommt. Dann haben wir nochmal einen riesigen Roboter. Hatte ich auch schon im letzten Stream. Beeindruckend. Vor allen Dingen war eine Größe. Eine Kirche mit Bilbo Beutlin drin. Okay, warum nicht? Interessante Farbgebung hier, finde ich auch. Mit diesen olivgrünen Blättern. Ach, okay, das ist ein Friedhof. Bilbo Beutlin ist jetzt Friedhofswächter, als er den Schatz von Smaug zurückgeholt hat. Okay. Aber ich finde, das sieht schöner aus hier mit der Ruine. Dann haben wir nochmal weitere Perspektiven. Es wird hier noch ein kleines Mandalorian-Mock. Mando, wie er ein paar Mandalorianer killt und hier nochmal ja, wie heißt sie, Cara Dune, wie sie das gleiche tut. Nochmal der Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Der war beim letzten Mal auch schon mit dabei. Eine Klon-Basis, die war beim letzten Mal auch schon mit dabei. So wie dann hier nochmal ein ein Polizeihauptquartier. Also entweder ist es ein modernes Wohnhaus, würde wahrscheinlich auch Sinn machen, weil hier noch eine Dusche oder sowas drin ist. Oder es ist ein Polizeihauptquartier. Meine Vermutung. Dann haben wir hier nochmal weitere Mandalorianer, wie sie gegen Imperiale kämpfen. auch sehr, sehr schön hier mit den Kanten. Keine Baseplate benutzt. Finde ich abwechslungsreich. Nochmal ein weiteres Flugzeug. Da könnte man wahrscheinlich vorne die Spitze noch ein bisschen naja, ergonomischer, so, dass es halt besser mit der Windrichtung passt, machen. Dann haben wir nochmal einen weiteren, ich glaube das ist ein First Order Star Destroyer, der hat ja keine, ach doch, hier ist die Brücke oben drauf. Okay, dann haben wir nochmal einen, oh okay, ich glaube das ist ein so ein Truck, der dann auch sogar mit RC ferngesteuert ist, so wie es hier aussieht, mit den Lichtern vorne dran. Darin seht ihr die Batteriebox. Ja, okay, er scheint wohl auch wirklich zu fahren mit dem riesen Hänger hinten dran. Ach, ein Traum eines jeden, eines jeden Technik-Fans, so einen riesen LKW zu haben. Dann habt ihr hier nochmal Klone versus Droiden, wie sie hier über so eine Plattform rüber gelaufen. Die Plattform wird natürlich hier mit Transclear-Steinen gehalten, das wird er sonst nicht halten. Und unten natürlich Gollum, wie er sich dann die kaputten Droiden sichert. So muss es sein. Und hier haben wir dann nochmal das, ein weiteres Gunship, das hatten wir glaube ich gerade eben auch schon gehabt. Genau, aus einer anderen Perspektive. Dann haben wir nochmal einen Tag am Strand mit ganz vielen einzelnen Minifiguren. So, dann hier nochmal das, die Ritterkutsche, die bewacht wird. Dann, das ist aber auf sehr engem Raum. Obi-Wan mit Captain Rex gegen General Grievous auf so einem kleinen Jet. So kann man es natürlich auch machen, mit riesen Start-Shooter hinten noch dran verbaut. Ich glaube, der kommt aus dem Senate Commando Droids, ach nee, nicht Droids, aus dem Senate Commando Troopers Battle Pack. Nochmal weitere Perspektive auf die wunderschöne Flying Dutchman. Ach, ist schon ein schönes Mock. Dann nochmal hier eine Ritterburg oder vielleicht auch ein XXL-Legostein, könnte auch sein. So stelle ich mir übrigens mein Museum vor. So ein XXL-Legostein, da kommt man dann hier vorne rein durch den Eingang und dann sind da drin die ganzen, alle Sets, alle Mox, riesige Modelllandschaften, das soll da alles in mein Museum rein. Vielleicht soll es auch mein Museum darstellen, kann man ja nicht wissen. Ein Microscale ICE, ach, dieser ICE, der 651, das ist so ein schönes Set gewesen damals. Dann haben wir hier noch Mandalorians gegen ein paar Clone Trooper beziehungsweise Arft Trooper. Die Ghost, die nicht von Brick Vault genommen ist, hatte ich aber am letzten Mal schon beschrieben. Das ist von jemandem aus meiner Community, der auch hier oft fleißig Kommentare schreibt. Schöne Grüße an dich. Das ist sein Mock, was er sogar noch vor Brick Vault veröffentlicht hat. Also sehr, sehr schön. Dann haben wir hier nochmal das Innere von einem Zug. Auch interessant, dass man hier sogar drin sitzen kann. Also ich hoffe, das ist das Innere von... Ja, es ist ein riesiger Personenwaggon. Sieht cool aus und vor allen Dingen, ich glaube, er kann sogar auch über die Schienen fahren, also wegen dem Knickgelenk. In den Kurven wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer. Dann haben wir hier nochmal so einen Tempel. Ich denke, das soll der Tempel von Darth Vader sein, wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Ist halt nur ein bisschen im kleinen Maßstab. Nochmal das Gunship, nochmal den Tag am Strand, nochmal die Pferdekutsche, nochmal General Grebus. Irgendwie sind wir jetzt, glaube ich, in der Schleife drin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Sollten wir aber wohl gleich raus sein. Ja, sind wir jetzt hier? Okay. Nee, ich denke, wir haben das Ende erreicht. Das kann natürlich sein. Ja, ich scrolle mal gerade ein bisschen hier runter. Ach, wir haben tatsächlich das Ende erreicht. Tja, das ging ja schnell. Wir sind jetzt laut meiner Uhr hier eine Stunde und 13 Minuten am Aufnehmen. Ich werde jetzt eben schnell die Gewinner von diesem Contest festlegen und mich dann gleich nochmal zurückmelden und das dann einfach hier hinten dran schneiden. Und vielen Dank an jeden, der bis jetzt hier mitgeguckt hat. So, und da ist mir aufgefallen, dass es doch noch ein bisschen weiter geht. Ich habe nochmal meine E-Mails durchsucht und hier sind jetzt nochmal, ja, so circa 100 weitere Mox, die wir uns jetzt nochmal angucken werden. Deshalb, ja, sehr schön, dass so viele Einsendungen gekommen sind. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alle mit dabei. Falls nicht, schreibt mir bitte noch irgendwie eine Nachricht, dass ich das weiß. Das war absolut keine Absicht. Tut mir dann auch sehr, sehr leid. Aber ihr seid trotzdem alle im Gewinnspiel mit drin, denn da sind alle E-Mails dann halt ausgelost, gesehen, gelistet und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Also ich habe jetzt alle E-Mails angeguckt. Sagen wir es so. Dann haben wir hier ein weiteres Mox. Ich habe die, die Bilder sind jetzt alle runtergeladen. Deshalb sind hier jetzt nicht mehr die in der Galerie, sondern die sind jetzt auf dem Desktop. Hier haben wir ein weiteres Mox. Das heißt The Commando Droids. Und da sehen wir, wie hier zum Beispiel Ahsoka Tano hier oben mit Mace Windu und dann mit Evan Peer gegen die ganzen Commando Droids kämpfen. Das ist cool. Ich habe zwar noch nicht so eine riesige Commando Droids-Armee gesehen, aber ich finde das Mox cool. Vor allen Dingen hier oben die Schwerter. Genau die habe ich den Commando Droids damals auch gegeben. Ihr wisst ja, die haben immer solche Schwerter, solche Säbel gehabt. Oder diese anderen Säbel, die man aus der Castle-Reihe zum Beispiel kennt. Ich finde, das ist eine nette Idee für das Mox. Und ich finde es vor allen Dingen cool, dass sie alle noch diese Phase 1 Clone Trooper hier benutzt. Also die gibt es ja schon seit 10, 12 Jahren nicht mehr. Von daher, coole Sache. Ach ja, und schaut mal an, Mace Windu hat hier sogar so eine Art, die Macht benutzt, halt ist hier durch so ein, durch so ein Transparent-Teil dargestellt. Dann haben wir hier nochmal einen Starfighter und zwar von Yoda. Ja gut, ich meine Yoda muss auch mal mit dem roten Starfighter durch die Gegend fliegen. Und BB-8 ist hier mit dabei mit Yoda. Gut, ich glaube zum Zeitpunkt von BB-8 ist Yoda schon nicht mehr existent, aber wir sind ja hier vollkommen in der freien Lego-Fantasie. Finde ich, ist ein cooler Starfighter. ein bisschen spitzer als die Jedi-Starfighter. Dann haben wir hier nochmal eine, ah, sehr, sehr schön, eine aus dem wilden Westen, eine kleine Bar. Ah, wilder Westen, das ist wirklich schon eine schöne Themenreihe, die Lego echt mal wieder zurückbringen sollte, wie ich finde. Da gibt es so viel Potenzial. Gleichzeitig, klar, in der heutigen Zeit braucht man ein bisschen was Spannenderes, als jetzt nur Pferde und Cowboys. Leider ist es so, auf jeden Fall mit Western hatte ich damals viel Spaß. Was zum Beispiel Lone Ranger als der rausgekommen ist, obwohl jeder den Film so schlecht findet. Ich fand ihn cool und hatte damit Spaß, sowas nachzubauen. Dann haben wir hier nochmal, ah, das Vertrauensschüler-Badezimmer. Ähm, Lego-Shop, verbaue etwas mit deinem Vater zum Vatertag. Ja, da hat er bestimmt Lust drauf. Ja, danke für die E-Mail, lieber Lego-Shop. Dann haben wir hier, wie gesagt, das Vertrauensschüler-Badezimmer mit dem Ei mit dabei. Hier noch so eine Art Umhang. Ich weiß gerade gar nicht, aus welchem Set, aus welcher Figur dieser Umhang kommt. Jedenfalls hier mit verschiedenen Lichtschwertern halt dieses Seifenbad dargestellt. Ja, ist ein schönes Mock. Ich denke mal, hier oben ist noch Platz, dass man auch noch zum Beispiel das große Schloss Hogwarts halt oben draufstellen kann. Vor allen Dingen das Fetztaf hier, finde ich auch cool. Dann haben wir hier nochmal, wow, ein Brick-Build-AAT. Und der, wow, der ist richtig smart gebaut hier mit dir. Das finde ich eine coole Bautechnik. Also ihr wisst ja, bei Lego ist das hier unten alles ein Fertigteil. Er oder sie hat das hier jetzt ein bisschen mit diesen Kipp-Teilen gebaut oder mit diesen Ball-Joints gebaut. Das finde ich eine schöne Idee. Das sieht auch richtig cool aus. Also würde ich so kaufen. Vielleicht die Proportionen stimmen noch nicht so ganz, klar. Aber die Idee von den Ball-Joints hier unten finde ich super. Sieht halt ein bisschen noppiger aus. Aber Lego macht ja zum Beispiel mit den Helmen und mit Yoda auch nichts anderes, als die noppig zu machen. Eine sehr, sehr schöne Umsetzung. Dann haben wir hier nochmal verschiedene Jedis, wie sie von Droiden umzingelt werden. Das sind viele Super-Battle-Droids. Und ach, schau mal an, die werden hier so hinten sogar aus der Höhle rausgescheucht von den Geonosianern. Barres of Fee mit dabei, Plokon, Kia Adimundi, Mace Windu und Kid Fisto. Ja, ist ein nettes Mock. Halt vor allen Dingen prägend durch die Figuren. Dann haben wir hier nochmal ein weiteres Mini-Mock. So kann man es natürlich auch bauen. Hier ohne Baseplate, sondern einfach die Platten genommen. Dann zwei Stormtrooper, die dann hier mit, ich glaube, das ist der Ugnaut, nicht der Ugnaut, der aus Rogue One ist das, glaube ich. Das ist auch eine schöne Minifigur mit zwei Bäumen dann nochmal mit dabei. Dann haben wir hier nochmal ein Tennis-Feld. Sehr, sehr schön hier mit den Tiles umgesetzt. Und ich glaube, das ist sogar eine Stut-Not-on-Top-Technik hier in der Mitte von dem Feld. Sowas ist natürlich cool, wenn man das umsetzen kann. Also das heißt, die Noppen sind oben nicht zu sehen. Finde ich, finde ich, sieht schön aus. Kann man so in eine Stadt integrieren. Also würde ich auf jeden Fall machen. Die verschiedenen Bäume hier außen drumherum. Ich glaube, es ist ein bisschen gefährlich, wenn die Tennisspieler hier spielen, wo die Passanten mit ihren Babys langlaufen, wenn die da vom Baby getroffen werden, ist das, glaube ich, nicht so optimal. Aber sonst finde ich das schön. Also Zaun fehlt da wohl noch drumherum. Das ist dann auch nervig, weil man immer hinter dem Ball herlaufen muss, wenn der wegfliegt. Und dann haben wir hier, ah, auf Korea, Han Solo und Chiara, wie sie vor den, ja, vor den Bösen fliehen. Ich kenne die Namen jetzt leider nicht gerade auswendig. Ich habe den Film auch nur zweimal gesehen. Jedenfalls finde ich hier vor allen Dingen die Perspektive, wie er das fotografiert hat. Und das Licht, was hier ist, sehr, sehr gut. Also du hast es gar nicht so leicht. Ja, hier auch schon noch mal schön mit den Stormtroopern. Ich glaube, da waren nur zwei Bilder in diesem, ähm, in dieser E-Mail drin. Also jedenfalls bei mir wurden nur zwei angezeigt. Dann haben wir hier noch mal den Landspeeder. Ja, das ist eine schöne Umsetzung hier auf Korea. Da finde ich, hätten wir auch noch mehr sehen können, ähm, aus Lego. Also mehr als jetzt diese Speeder. Also es gibt ja nur diese Speeder auf Korea. Schade eigentlich. Dann haben wir hier noch mal einen AT-ST, Walker, würde ich sagen. Ähm, ja, also sowas hinzubekommen, dass es stehen kann. Das finde ich nicht schlecht. Sieht eben noch ein bisschen kassenförmig hier oben aus. Aber ich glaube, er kann es nicht immerhin drehen. Das ist schon mal, ähm, eine gute Sache. Aber im Vergleich zu meinem damaligen Gunship sieht das hier wahnsinnig gut aus. Mein Gunship war wirklich nur so ein fliegender Schulkarton quasi. Dann haben wir hier noch mal einen Podracer. Ja, der sieht, der sieht auch gut aus. Ähm, ich weiß jetzt, ach, hier, also normalerweise ist hier bei Legos in der Mitte so eine Achse drin, dass es halt ein bisschen verbunden ist, ein bisschen stabiler ist. Geht bei ihm auch ohne. Da ist jetzt dann hinten, äh, Anakin Skywalker drin, denke ich mal, mit so einem Helm oben drauf. So, schöne Umsetzung. Dann haben wir hier noch mal, wow, ähm, ich, das sieht aus wie ein, wie ein Dropship aus Star Wars. Es kann aber auch sein, dass es auch so irgendwann mal in einem anderen Film ist. Jedenfalls sehr schön, dass du hier den, äh, den Vergleich mit eingefügt hast. Und vor allen Dingen hier, ah, da sieht man die Formen alle, man sieht, äh, die Farbe, die Farbe, die hier umgesetzt wurde. Das erkennt man sofort wieder. Schöne Umsetzung hier vorne auch mit dem, ähm, mit den beiden runden Teilen. Hm, erkennt man auf jeden Fall wieder. Ich weiß jetzt noch nicht, leider nicht genau, aus welchem Film das ist. Kann auch sein, dass es aus Star Wars ist. Dann haben wir noch mal hier einen, ähm, Transformer. Ach, Transformer. Das ist das Optimus Prime. Mich würde jetzt mal interessieren, ob der sich auch in ein, ähm, Auto verwandeln kann. So ein Transformer. Ich glaube, da sind so riesige, ähm, da sind so riesige Potenziale für Lego, die da noch ausgeschöpft werden können. Ich meine, ein, ein Lego-Fahrzeug ist, also Transformer, die können sich von einem Auto in einen, oder von einem Helikopter in einen Roboter verwandeln. Und Roboter kommen gut an und Autos kommen auch immer gut an bei Kindern. Und wenn man das beides kombiniert, in Lego geht es ja darum, dass man halt aus einem irgendwas anderes baut. Ach, da kann man so viel machen, glaube ich. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit den Gelenken und so weiter. Aber, ja, das Transformers, ja, sehr schönes Mock hier. Gefällt mir gut. Ich habe damals auch so einen Roboter gebaut. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Dann haben wir hier nochmal eine Klon-Basis. Sehr schön wieder mit den, ähm, mit den ersten Klon-Troopern aus der Clone Wars. Mit so einer Satellitenschüssel. Und hier geht es dann den Berg hoch. Ist schön gebaut. Auf einer Baseplate. Da haben wir hier verschiedene kleinere Mocks. Wenn ich zoome mal ein bisschen heran. Ein paar Druiden, die hier, ähm, angreifen. Dann haben wir hier das Jabba's, äh, Jabba's Price Set aus 2000. Und hier kann man einen Motor anschließen. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür der Motor hier gedacht ist. Haben wir hier, ähm, laut Business, wie er am Golfen ist. Hier im Hintergrund nochmal Batman. So eine kleine Brücke mit ein paar Stormtroopern. Hier an der Seite sehen wir nochmal irgendwie, ähm, ja, das ist, glaube ich, ein AT. Okay, das ist eine Schlacht auf Hoth. Haben wir hier mit dabei. Dann noch so eine kleine Hütte, wo der, ach so, da kommt der Fuchs und jagt die, äh, Hühner. So ist das also. Und das Java Battle Pack haben wir hier auch nochmal. Java Battle Pack, das darf man eigentlich gar nicht Java Battle Pack nennen. Dann haben wir hier nochmal einen Zug. Der sieht cool aus. Also das ist hier so ein, ich glaube, das ist so ein Trend, dass man, ähm, normale Lego-Fahrzeuge in dieser Steampunk-Optik umsetzt. Also zum Beispiel gibt es da auch schon einen Millennium Falcon von, es gibt, glaube ich, auch einen AT-AT, ach, es gibt so viel in diesem Stil, dass man halt alles so braun macht und mit diesen alten Rädern und so weiter. Und das hier ist eine Lokomotive in dem Stil. Und ich, ah, die gefällt mir gut. Hat, hat irgendwie was. Da ist auch Potenzial für Lego drin, würde ich sagen. Ich denke nicht, dass das Ding auf Schienen fahren kann oder dass das Ding einen Motor drin hat. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schönes Mock hier vorne erinnert mich so ein bisschen an die Sail Barge von Java. Gefällt mir gut. Dann haben wir als nächstes hier nochmal den Ghost Rider. Ach, schönes Motorrad. Schönes Motorrad, also so ein Motorrad in der Optik hinzubekommen, vor allen Dingen auch im Minifiguren-Maßstab. Das hat was. Das gefällt mir. Also hier alleine die Kettensäge hat er hier hinten dann als Radaufhängung benutzt. Plus dann hier hinten nochmal die Flammen rangemacht. Sieht sehr, sehr cool aus. Und vor allen Dingen hier diese Stierhörner auch noch als Griff für die Hände. Dann haben wir noch eine kleine Polizeistation im Wald. Hier so eine Art Container-Polizeistation, würde ich mal sagen, mit diesem kleinen Straßenübergang. Hier haben wir nochmal ein Badmobil 1989, müsste es glaube ich sein. Da war jetzt nur ein Foto mit dabei. Ich glaube es noch was ähnliches gibt es auch von Brickworld, habe ich schon mal gesehen. Sieht cool aus und wenn es sich auch noch in die Bad Rocket verwandeln könnte, das wäre natürlich der Oberhammer. Also es sieht so aus, also hier gehen ja keine Teile von da nach da und hier nach da. Könnte ich mir vorstellen, dass sich das in die Bad Rocket verwandeln lässt. Hier haben wir dann nochmal ein weiteres Mock mit zwei Ebenen. Da könnt ihr sehen, da geht es hier runter und soll das hier Brickstory sein? Also das sieht aus wie ein laufender Legostein mit zwei Augen vorne dran. Also wenn das Brickstory sein soll, dann ist das hier natürlich mein Thronsaal, wo ich dann die Playmobil-Figuren hier unten in das Grab reinwerfe. Nein, ich glaube, das ist einfach nur so eine Art, ja, ich glaube, so ein Königssaal könnte man schon sagen. Hier geht es die Treppe hoch, da vorne haben wir ein Tor dran, verschiedene Klon-Truber, die das Ganze überwachen und vor allen Dingen hier Waffen in so einem Eimer drin. Das habe ich früher auch immer gemacht. Waffen, wenn man zwei Schwerter hatte, dann war man damals schon ein cooler Typ. Ach, hier sehen wir nochmal eine andere Perspektive. Haben wir, ach genau, da geht es runter in das Verlies. Diese zwei Ebenen finde ich cool. Das hat mich immer schon fasziniert. Und dann haben wir hier nochmal, ach, schaut euch das an. Das ist, ich glaube, das ist die Szene aus Star Wars Episode 3 vom Anfang mit Anakin's Jedi Interceptor und diesen Bass-Droiden. Ach, hier vorne seht ihr den Bass-Droiden. Das sieht wahnsinnig cool aus mit diesen Vulture-Droids. Das, also das als May the Force Mini-Modell. Stellt euch das mal vor. Das wäre zehnmal besser gewesen als dieses Death Star 2 Battle. Unglaublich. Schöne Umsetzung würde ich sofort so kaufen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Untergrund. Vielleicht könnte man hier als Untergrund so ein bisschen den Hintergrund von dieser Invisible Hand nehmen von General Rebus. Ich glaube, das ist die Invisible Hand, die Coruscant angreift. Coole Sache. Dann haben wir hier als nächstes nochmal so eine kleine Ork-Schlacht. Ich glaube, da kommt noch eine größere Perspektive gleich. Hier sehen wir es. Das ist so eine riesige Mittelalter-Schlacht, die auf mehreren Baseplates gebaut ist. Schaut euch diesen Höhlentroll an, wie genial der aussieht. Ich glaube, das sind Teile von Lego Chima, von diesen großen Affen, die man damals bauen konnte. Hat er hier so eine Keule in der Hand. Der sieht richtig gut aus mit der Kette. Dann dem Typen, der das hier vorne, ich glaube, der kommt aus Nexonites, der das hier vorne, der hier halt hält. Dann den ganzen Ritter, wie sie hier die Burg angreifen. Wow. Wow. Ja, und dann, ach, schaut euch das an. Hier die einzelne Burg, dann die Burg mit dem Magier oben drauf. Oh Gott, oh Gott, das sieht da richtig schön aus. Vor allen Dingen, das ist ja gar nicht so groß. Also ich glaube, das sind vier von den kleineren, ich glaube, wie viel sind das, diese 28, diese kleineren Baseplates, die es in grün, blau und weiß gibt, sind hier zusammengestellt. Und dann hier mit dem, mit dieser kleinen Schmiede, die von den Orks angezündet wurde. Dann hier hinten der Drache, ich glaube, das soll ein Drache sein. Das gefällt mir richtig gut. Das hat richtig, da ist richtig Fantasie dahinter. Klar, man kann den Bach hier zum Beispiel noch ein bisschen ausbauen, dass man da Teils nimmt, um den zu gestalten. Aber sowas, da kann man sich, da kann man sich dran satt sehen. Sehr, sehr cooles Mock. Dann haben wir hier nochmal ein weiteres Mock, und zwar die Razor Creased. Warte, ich zeige mal erstmal die große Perspektive. Da hat jemand die Razor Crease tatsächlich nachgebaut, das Lego Set, was jetzt bald rauskommt. Natürlich hier die Frontscheibe, die gibt es natürlich jetzt aktuell noch nicht auf dem Markt. Obwohl, ich glaube, könnte sein, dass sie im neuen A-Wing Fighter tatsächlich drin verbaut ist. Weiß ich gar nicht so genau, aber er hat es hier schon nachgebaut. Das kann man natürlich auch machen, wenn man sich das Set nicht kaufen möchte oder jetzt schon das Set gerne damit spielen möchte. Natürlich haben wir nicht die Baby Yoda Figur. Aber so wie es aussieht, es ist relativ ähnlich zum originalen Lego Set und es funktioniert auch alles. Beispielsweise das hier unten mit dem Aufklappen, das könnt ihr beim originalen Lego Set auch so machen. Sieht cool aus. Respekt für diese Leistung, das nachzubauen. Also ich meine, Anleitung gibt es ja noch nicht. Finde ich eine coole Sache. Auch vor allen Dingen hier die Teile, die es aktuell noch nicht gibt, dann zu ersetzen. Ist auch schön. Dann haben wir hier nochmal ein kleineres Mock auf Endor, wie ein Rebell hier dann diese imperiale Basis angreift. Dann haben wir ein Speederbike mit zwei Scout, Ach, Bike Scout Troopern. Der wirft hier dann so einen Thermal Detonator. Ich glaube, das ist jetzt kein Thermal Detonator, sondern nur so ein imperiales Logo. Aber das kann man natürlich auch als Thermal Detonator benutzen. Dann haben wir hier, ah, das ist glaube ich mit dem Lego Digital Designer gemacht. So eine kleine Szene. Ich denke mal, dass es in diesem Droiden Command Schiff, dem Lucre Hulk, heißt er glaube ich auf Englisch, wo dann Anakin Skywalker mit seinem Starfighter reinfliegt und das ganze Ding in die Luft jagt. Hier noch ein schöner MTT daneben. So ein kleines Fenster hier oben für die Droiden. Da hat er glaube ich einen Teil vergessen oder sie. Ist eine schöne Idee, so einen Mini-Mock zu bauen. Daher es gilt dann hier für das nächste. Das ist dann wohl aus, ja also Star Wars Episode 2 oder, ach, Episode 4 oder Star Wars Episode 6. Wie der Millennium Falcon hier auf dem Todesstern fliegt. Ach, das soll glaube ich ein X-Wing Starfighter sein, der von den TIE Fightern gejagt wird. Schöne Idee, finde ich. Also das hier mit dem Trench Run zu machen. Ganz ehrlich, so ein Trench Run, äh, Trench Run hätte auch gut, ähm, so in der Form das May the Force GWP sein können. Das finde ich, sieht noch ein bisschen ikonischer aus, als wenn man jetzt einfach nur die Oberfläche vom Todesstern hat. Haben wir hier nochmal ein kleines Häuschen mit dabei. Ja, das ist schon eine Zeitung zum Lesen. ein kleines, äh, kleines Rundehäuschen hier an der Seite. Man braucht ja immer zwei Häuser. Dann haben wir hier noch so einen, so einen, äh, Apfelbaum. Ein kleines Mädchen, was hier davor steht. Und das Haus, ja, das sieht auch ganz putzig aus. Dann haben wir hier nochmal, uh, Harry Potter versus Lord Voldemort auf dem Friedhof. Das sieht cool aus. Vor allen Dingen hier mit dieser, mit diesem Aufeinandertreffen in der Mitte, mit den, äh, wie heißen die nochmal? Inferi, nein, Inferi waren die im sechsten Teil. Ähm, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, da, wo seine Eltern halt wieder erscheinen. Da seht ihr hier zum Beispiel diese Figur aus dem, äh, Voldemorts Grab-Set und, äh, ja, Harry Potter halt auch dementsprechend aus diesem Set. Was jetzt hier, glaube ich, nicht ganz stimmt, Voldemort macht da, glaube ich, einen, äh, grünen Spruch, also er war da Kedavra und Harry macht in dem Fall dann, äh, äh, Expelliarmus. Genau, Expelliarmus ist, glaube ich, rot. Von daher passt das schon. Aber ich muss den Film auch endlich nochmal wieder gucken, bevor jetzt die neuen Harry Potter-Sets rauskommen. Außerdem haben wir hier dann noch einen Star-Wars-Mock mit einem ATT-E-Walker. Das müsste, glaube ich, noch der erste ATT-E-Walker sein. Ja, der hat nämlich hier an der Seite noch, ach, der zweite ATT-E-Walker, der hat nämlich hier an der Seite noch Aufkleber und dann hier ist die schönen Clone Wars-Klone noch mit vorne dabei. Ganz viele Droiden. Ach, so ist es schon, so ist es schon schön. Also, da kann mir jetzt keiner erzählen, dass er sich keine Clone Wars-Sets zurückwünscht. Dann haben wir hier nochmal ein Reihenhaus, beziehungsweise gar nicht so ein richtiges Reihenhaus. Ihr könnt es ja hier nicht verbinden. Ich glaube, das ist ein Alternativbau zum Modular. Also, zum Beispiel, das hier, das Teil kommt aus dem Modular. Die Figuren hier, die dabei sind, kommen aus dem Modular. Ach, das ist aus dem Bookshop eigentlich und dieser Baum natürlich hier auch. Das ist ein schönes Alternativbau. Und das kann man natürlich auch in eine Stadt integrieren, die jetzt vielleicht keine so eine Modular-Reihe hat, die sich aneinander baut. Ihr versteht, was ich meine. Normalerweise steckt man die ja aneinander und wenn man da nicht genug Platz für hat, kann man natürlich auch was anderes draus bauen. Ach, jetzt bin ich zurückgegangen. Da haben wir hier nochmal einen Eisladen. Das Eis von der Umsetzung finde ich cool und die, ja, das sieht irgendwie cool aus. Also, ich kann sein, dass es auch ein offizielles Friends-Set ist. Ich bin nicht so ganz 100% in den ganzen Friends-Sachen drin. Ich denke, das könnt ihr mir verzeihen und ich denke auch nicht, dass jetzt jeder, der hier zuguckt, vollkommen in den Friends-Sachen drin ist. Jedenfalls könnt ihr hier halt ein Eis kaufen. Finde ich, ist eine schöne Umsetzung. Also klar, ist hier hinten nicht zugemacht, aber zum Spielen reicht das auf jeden Fall. Und das scheint wohl auch dann von einer weiblichen Zuschauerin zu sein. Also, schön, dass ich auch weibliche Zuschauerin habe. Dann haben wir hier nochmal ein weiteres Star Wars-Mock. Da sehen wir ja hier, ach, wie heißen die noch? Ja, die Imperialen mit der tausendsten Lego-Star-Wars-Minifigur. Ich weiß auch nicht immer alle Namen. Wie sie halt hier gegen die Mandalorianer kämpfen, hier mit so einem kleinen Fluss noch mit dabei, ein bisschen Sand hier am Strand und auch sehr schön hier der Übergang zwischen dem etwas dunkleren Sand, dem helleren Sand. Also, der dunklere Sand ist natürlich, weil der am Wasser ist. Dann hier oben dann das Grüne. Das gefällt mir gut. Leider haben wir jetzt hier kein zweites Bild, aber dann haben wir hier nochmal einen Jedi-Starfighter mit Anakin, Obi-Wan und R2-D2 mit dabei. Die könnt ihr auch dann hier reinsetzen tatsächlich. Dann haben wir hier nochmal einen weiteren Starfighter mit dabei, mit Anakin und einem Stormtrooper und so einem kleinen Baum. Ich denke mal, das ist auf einem Schneepaneten, weil Anakin hier auch seinen Schneeanzug anhat. Und außerdem haben wir dann nochmal hier einen weiteren Speeder. Das könnte tatsächlich sein, dass es auf der neuen, ja, nee, kann eigentlich auch nicht sein. Ich glaube, das basiert auf irgendeiner Clone Wars-Folge, wo sie gegen General Grievous kämpfen. Obwohl, nee, es gibt keine Clone Wars-Folge, wo General Grievous und Newt Gunray und gegen die Clone Trooper kämpfen. Gibt es, glaube ich, nicht. Aber, nette Idee hier. Also, sowas würde ich auch als Set kaufen mit so einem Speeder drin. General Grievous, vier Clone Troopern. Besser geht es ja eigentlich nicht. Dann haben wir hier nochmal einen weiteren Speeder mit Ahsoka Tano, mit Evan Peer, wie sie gegen Pong Krell und ein paar Umbarana kämpfen. Diese Art von den Mocks mit den Figuren direkt dazu und den Waffen ist so eine Art, ja, könnte ich sagen, so Lego-Set-Mock. Also, so ein komplettes Set, was man halt nachbaut. Gleiches gilt dann hier nochmal für diesen anderen Starfighter mit einem Bedienungs-Astromech mit dabei. So wie dann hier einmal, ähm, Mace Windu mit Darth Maul und zwei Mandalorianern. Ach, diese Mandalorianer-Figuren finde ich echt super schön. Äh, ein weiterer Speeder. So wie dann hier haben wir nochmal, ach nee, halt, das kommt zuerst. Das ist nochmal ein, äh, Hero Factory-Mech. Ich glaube nicht, dass der wirklich sowas hat. Also, ich glaube, dass der Mock, ich glaube, so eine Art, in der Art gibt es den schon mal, aber das Mock ist dann halt dieses, dieser Kopf. Finde ich cool, sieht so ein bisschen aus wie so ein Sentinel von, ähm, X-Men. Dann haben wir hier, wow, eine riesige Lego City. Alles durcheinander, so muss das sein. Finde ich sehr, sehr schön. Also gerade diese Kreativität, alles auf einen Haufen zu schmeißen, äh, die hatte ich damals, aber heutzutage hat man das einfach nicht mehr, weil man sich dann denkt, das muss ich ja alles nur noch aufräumen irgendwann. Aber das finde ich cool, wenn man alles so aufeinander, äh, wenn man die ganzen, die ganzen, also hier ist ja jetzt zum Beispiel, hier sind, hier ist ja Assembly Square, dann sind hier Star Wars Sachen, dann sind hier, ähm, zum Beispiel Ninjago Sachen, alles kombiniert mit einem riesen Wohnhaus hier hinten, einen Marktplatz mit ganz vielen Minifiguren. Finde ich eine schöne Idee, das alles zu kombinieren. Ähm, dann haben wir hier nochmal, das hatten wir schon, genau, haben wir hier nochmal ein weiteres Klon-Mock. Ah, das sieht auch cool aus. Vor allen Dingen hier die, die Felsen, wie die hier umgesetzt sind mit den Übergängen, ah, ist auch schön. Dann haben wir hier so eine riesige Artillerie-Kanone, hier oben diese Spitze ist dann glaube ich mit diesen Teilen, ähm, Neon-Solche-Schredderteile waren das damals. Zum Beispiel in Nordvladex-Castle gab es glaube ich sowas auch, die konnte man so wegschießen und dann haben sich diese Schredderteile bewegt. Weiß ich noch. Dann haben wir hier ein Alien-Mock, das ist nicht so ganz hoch aufgelöst, aber Alien hatten wir beim letzten Mal auch schon. Ähm, da ist hier der, der, die Alien-Figur mit dabei. Ja, also das sieht echt cool aus hier mit dem Hangar innen drin. Ich kenne leider den Hintergrund zu Alien nicht, aber es sieht sehr brutal aus hier mit dem ganzen Blut. Dann haben wir hier nochmal die Zitadelle. Auch ein cooles Mock. Da seht ihr hier die Clone-Shooper, wie sie halt hier hochklettern. Da stehen noch zwei Superkampf-Droiden und bewachen das Ganze. Hier drin ist tatsächlich Bosk. Ist Bosk in der Episode mit der Zitadelle dabei? Hm, also wenn, wenn jetzt jemand weiß, ob bis hierhin sogar geguckt hat, also schreibt jetzt gerne mal äh, Hashtag bis hierhin geguckt, wenn ihr jetzt hier noch mit dabei seid. Ähm, der, der, ob der da in der Zitadelle mit dabei ist in der Szene. Haben wir hier noch das Separatist-Shuttle und halt, ach, das ist schon ein schönes Ding. Ich weiß nicht, warum sie das nicht als Set umgesetzt haben. Ja, dann haben wir hier nochmal eine andere Perspektive auf die Zitadelle. Da haben wir dann Evin Peel, wie er halt hier gefangen gehalten wird von diesen Security-Droids. Ihr seht, der eine Security-Droid hat hier hinten so eine rote Markierung, die anderen beiden haben das nicht. Der kommt, glaube ich, aus dem Jedi-Defense-Set von damals. Da gab es diese Mini-Figur. Dann haben wir hier nochmal eine weitere Klon-Basis oder Droiden-Basis. Ich glaube, es ist eher Klon-Basis, weil hier unten steht ein Klon-Trooper. Da geht es dann hier hoch oben. Alles sehr über diese, sehr schön über diese Level verteilt. Das mag ich gerne. Also, wenn man so quasi so einen, wie nennt sich das, so einen Erddurchschnitt hat, wie man es immer in Biologie gehabt hat. Hier ist die Erdschicht, dann die Moosschicht oder sowas. Ihr wisst, wie ich es meine. Mit den Droiden, das gefällt mir gut. Kann man auch von jeder Seite dann halt bespielen. Ach, hier sehen wir die andere Seite. Ach, das ist ein Felsen, der dann hier nach unten geht. Wie cool ist das? Sieht sehr beeindruckend aus. Hier oben könnte man jetzt super den Baum aus Hobbit hinstellen, wie er dann halt hier umkippt. Dann haben wir nochmal ein weiteres Mockro. Das ist jetzt ein bisschen unscharf mit einer Klon-Basis. Verschiedene Kloner kämpfen dann hier gegen die Droiden. Mit, hier auch viel. Ich glaube, Stuttgart-on-Top-Technik wurde hier hinten benutzt, um das so darzustellen. Das sieht cool aus, vor allem in der Felsen hier mit den Scheiben. Hm, gefällt mir gut. General Griebus greift hier auch noch an mit Isla Secura und Kit Fisto. Haben wir noch eine weitere Klon-Basis. Ja, die sieht auch cool aus. Also ich finde diese Bautechnik hier vorne für diese Art Panzerungen, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber gibt es ja bei manchen anderen Gebäuden auch, dass es so ein bisschen rausguckt. Das sieht ziemlich beeindruckend aus. Dann haben wir hier vorne noch so einen kleinen Stand von den Klonen, wie sie gegeneinander kämpfen. Kit Fisto möglicherweise wohl sehr, sehr gerne. Der ist hier wieder drin und da der Commander von Kit Fisto, ach, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Commander Pons, könnte das sein? Ja, könnte sein. Dann haben wir das nächste Mock und da haben wir dann so ein kleines Stadthäuschen und das ist doch auch schön, das Spiel. Schaut euch das an. Kylo Ren wird fotografiert und Lord Voldemort spielt mit einem Basketballer. Basketball. Ich weiß noch genau, ja, schaut euch das Teil an. Da konntet ihr diesen Basketballkorb ranmachen und diese Basketballer, die hatten so Federn in den Beinen, dass man die nach hinten machen konnte und dann konnten die den Ball werfen und den Basketballkorb reinmachen, weiß ich noch ganz genau. Da haben wir hier das Wohnhaus, da klettert ein kleiner Junge nach oben. Meinem Sohn würde ich das nicht erlauben. Hier oben eine Satzschüssel noch drauf. Also wer heutzutage noch Fernsehen guckt. Weiß ich nicht. Meine Oma guckt Fernsehen. Also das machen trotzdem noch Leute. Aber hier ein Affen, wie er den Baum hochklettert. Ist ein schönes, ist ein schönes Häuschen. Würde ich bei mir so auch in die Stadt integrieren. Hier hinten haben wir nochmal den mittelalterlichen Marktplatz. Auch ein wahnsinnig schönes Set. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Wohnhaus, was wohl auch modular ist. Geht es dann hier unten, da ist der Sohn und spielt Software. Ich weiß nicht, was er da genau in der Hand hat. Dann haben wir hier nochmal eine Mutter mit ihrem Baby und den Vater, der natürlich schläft. Und da hinten, das ist dann wahrscheinlich die nächste Ebene mit der Pizzabäckerei. Sehen wir vielleicht gleich noch mehr von. Dann haben wir nochmal einen Mock von einer Brücke. Ach, das sieht auch cool aus. Mit diesen einzelnen Elementen, die dann hier so rausgerissen sind, wie wenn die Brücke eingestürzt ist. Könnt ihr mir vorstellen, dass das hier mal eine Eisenbahnbrücke oder sowas gewesen ist. Erinnert mich so ein bisschen an dieses eine Lego Movie Set, das es mal gab mit Bad Cops. Ich glaube, Bad Cops Pursuit hieß das. Da war so eine Eisenbahnschiene. Über die Eisenbahnschiene konnte keine Eisenbahn drüber fahren, aber man konnte die Eisenbahnschiene so einklappen lassen. Ja, ist auch ein schönes Mock hier mit dem Felsen. Gefällt mir gut. Dann haben wir nochmal ein weiteres Mock mit einer Klonbasis. Ach, das erinnert mich so an so Ego-Shooter so ein bisschen, weil man da auch immer so, ja, weiß nicht. Ich habe früher auf dem iPod so ein Ego-Shooter gespielt. Ich glaube, zwei Tage lang und dann hat meine Mutter das gemerkt und dann war mein iPod weg. Jedenfalls ist das hier kein Ego-Shooter, sondern es ist Star Wars Captain Rex mit dabei. Ich weiß nicht, wer genau das jetzt hier sein soll. Auf jeden Fall gefällt mir dieser Custom-Klon sehr, sehr gut mit dem Helm und dem Visor. Schön. Natürlich Captain Rex mit, ach, ich glaube, das sind so Custom-Blaster wie ihr sehen könnt. Sehr, sehr schön und vor allen Dingen auch die Umsetzung. Also hier mit dem Wasser, dann diesen einzelnen Pflanzen. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Hier auch das Gebäude sehr, sehr schön integriert hier in diese Art Urwald. Schönes Minimock. Also kann man so auf jeden Fall auch lassen. Ein weiteres Mock haben wir dann hier so eine Art Bergfestung von den Räubern. Die verstecken sich ja immer im Berg, also standardmäßig. Die haben hier so eine kleine Seilbahn, wie sie dann hier runterrutschen können zu der ihrer, ach, die haben sogar eine eigene Farm hier aufgebaut und noch eine Höhle haben sie sich auch sich geholt. Das ist auch ein schönes Mock. Also aus so einer Idee wäre ich nie im Leben gekommen. Und dann hier das Wasser, so wie man es bei Minecraft bauen würde, kommt aus einem Block hier oben raus, läuft dann hier runter und verteilt sich dann hier unten. Schön, schön. Dann haben wir hier nochmal eine weitere Klon-Basis. Da haben wir dann hier erstmal einen Droid-Gun-Chip. Ach, das ist glaube ich nicht das originale Set. Das ist ein nachgebautes Droid-Gun-Chip, so wie es aussieht. Da hat jemand ein Droid-Gun-Chip nachgebaut. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass das wirklich jemand macht. Aber cool. Da haben wir hier verschiedene Kashyyyk-Trooper. Ach, ich glaube, das soll auf Kashyyyk tatsächlich auch sein. Ja, macht ja auch Sinn. Da haben wir oben den Baum zum Beispiel, dann Commander Gree, sowie dann verschiedene andere Kashyyyk-Trooper, damals aus dem Battle Pack. Das war ein fantastisches Battle Pack. Hier geht es dann in die Klon-Basis rein und die Klon-Basis, ja, da hat er wahrscheinlich nicht genug Baseplates gehabt, denn der AT-AP-Walker, der steht einfach so dahinter. Aber kann ich mich vollkommen mit identifizieren, habe ich damals immer genauso gemacht. Ich hatte auch nie genug Platz. Und hier, schaut euch mal die Ecke an, die ist auch sehr, sehr schön gemacht. Hier mit diesen Teilen dann so ein bisschen schräg gebaut, mit diesen Kipp-Teilen. Und dann geht hier der Felsen hoch. Auch ein schöner Übergang von Felsen in die Mauer, dann der Klon-Basis. Wenn wir dann einmal weitergehen, nochmal ein weiteres Gebäude, haben wir so einen kleinen, ich glaube, das soll eine Art Bar sein, genau, ein Bar-Mixer haben wir dann hier mit dabei, ein Ehepaar, was sich hier gerade, ja, einen Kaffee bestimmt gönnt. Eine Landkarte an der Wand, das gefällt mir auch gut. Ich weiß zwar nicht, was hier mit der Platte passiert ist, aber das kommt bestimmt von zu viel Kaffee. Dann haben wir nochmal, wow, einen Dachboden, krass. So einen Dachboden zu haben, das war damals immer mein Traum. So einen Dachboden, wo man einfach alles ausbreiten kann, wo das kein juckt, was da ist. Bei uns auf dem Dachboden durfte ich leider nie sein. Das war aber sowas Besonderes, wenn dann der Dachboden geöffnet wurde und dann diese Treppe, diese Leiter nach unten ging. Also Leute, die einen Dachboden haben, werden das wissen. Da muss man dann mit so einem Stock nach oben gehen, an dieser Leiter ziehen und dann kommt die Leiter oben so aus der Decke. Das war immer was ganz Besonderes, wenn man da drauf durfte. Hier haben wir dann eine Eisenbahnstrecke, die hier mitten da durch geht. Verschiedene Lego-Kartons. Da hinten steht noch ein Tischkicker. Hier steht noch eine Burg. Ich glaube, das ist bestimmt eine von Playmobil, so wie es aussieht. schön, schön, schön. Dann haben wir hier nochmal einen Güterverladebahnhof, auch noch mit den alten Zügen. Ich glaube, das war die erste Edition der Darmfloks, die dann ferngesteuert gewesen sind. Dann haben wir hier nochmal das Final, ach nee, aus Episode 3, gar nicht das Final Duel. Aus Episode 3, wie dann Obi-Wan hier hinten begraben wurde. Count Tuku vs. Anakin. Und Kanzler Palpatine, wie er dann hier in seinem Thron sitzt und gefangen ist. Das ist so eine schöne Szene, finde ich. Ja, ich mag Episode 3 aus Star Wars sehr, sehr gerne. Anschließend haben wir hier nochmal einen kleinen Hafen, wo dann das Feuerwehrboot ist. Ach, das Feuerwehrboot, das hatte ich damals auch aus 2000, 2010, 2009, keine Ahnung, wann das war, aber dieses Boot-Teil habe ich tatsächlich auch. Und diese Aufkleber musste ich auch aufkleben. Und die schießen, ach, das sind wahrscheinlich Piraten, so wie es aussieht, schießen hier mit so einer Artillerie da drauf. Alles klar. Dann haben wir nochmal eine weitere Klon-Basis. Ich glaube, ach, da kommt nochmal eine andere Perspektive hier von außen. Hier wir dann greifen die Droiden das Ganze an. Hier zwei von diesen Barkspeedern bzw. Commander Neo. Also eigentlich heißen die Barkspeeder Commander oder sowas, aber man kann sie auch Commander Neo nennen. Innen drin von der Basis habt ihr nochmal verschiedene Klon-Trooper. Also es sieht so aus, als ob das hier alles Ausphase zwei normale Klon-Trooper. Also die kosten je Stück, glaube ich, schon um die 10 Euro. Nicht schlecht. Dann haben wir hier nochmal die andere Perspektive und im nächsten Bild dann nochmal so einen kleinen Steinbruch mit Holzfällerbetrieb. Alles auf die kleine Platte gequetscht. Ja, so geht Downsizing, würde ich sagen. Dann haben wir nochmal einen kleinen Panzer. Ich glaube, das sind jetzt keine Original-Lego-Mini-Figuren bzw. Custom-Lego-Mini-Figuren. Deshalb kenne ich mich damit nicht aus. Trotzdem sieht der Panzer hier ganz cool aus mit den Ketten und natürlich auch noch ein Helikopter mit dabei. Noch eine Klon-Basis. Die sieht auch cool aus hier. Sehr, sehr kompakt, aber trotzdem elegant gebaut. Eine Satellitenschüssel haben wir oben drauf. Bossk ist hier mit dabei. Mandalorianer. Gut, da müsste man natürlich jetzt die Hintergrundgeschichte kennen, aber der oder diejenige, die das kennt, hat das bestimmt alles schon in der Fantasie ausgemalt und das ist das Wichtigste. Dann haben wir nochmal ein Piratenschiff. Ach, Piratenschiffe liebe ich. Ja, ich hoffe, jetzt kommt hier noch eine größere Perspektive mit den Segeln der Queen Anne's Revenge. Sieht schön aus mit den beiden Kanonen vorne dran. Ich glaube, es hat auch zwei Decks dann tatsächlich. Piratenschiffe sind was verdammt Schönes. Hier vorne ist, ach, schaut euch mal an, die Galleonsfigur ist, glaube ich, der Gründer von Hogwarts aus dem Adventskalender, so wie das hier aussieht. Ach ja, müsste sein, weil hier haben wir zum Beispiel das Hogwarts-Logo nochmal. Hier hinten war, glaube ich, auch noch ein Hogwarts-Logo. Ist ein schönes Piratenschiff. Also, ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr noch nie ein Piratenschiff gebaut habt, setzt euch mal dran, baut ein Piratenschiff. Danach werdet ihr es, ähm, verstehen, was man damit hat. Dann haben wir hier nochmal ein weiteres Chic-Mock mit dem, äh, Spider-Droid. Den Spider-Droid, der kommt tatsächlich aus so einem Star-Wars-Magazin. Hat mir letztens auch tatsächlich ein, äh, Zuschauer zugeschickt. Dann haben wir hier nochmal Android-Gunship, was hier darauf zufliegt. Das ist eigentlich schon ein cooles Set. Also, so hier von dem, von der Front mag ich es schon gerne. Ist jetzt ein bisschen überbelichtet, macht aber nichts. Und der Gunze-Uhrwald hier unten ist auch, ähm, nett gebaut. ganzen Chic-Trooper. So wie dann hier nochmal ein, haha, ein First-Order-Transport-Auto. Haben wir dann hier diese Executioner, ähm, äh, Soldaten dabei. Und hier hinten sehen wir noch den Rest von einem Sternenzerstörer. Den haben wir hier nochmal. Ja, so sah der bei mir damals auch aus, mit den Kanten hier hochgezogen. Das ist gar nicht so leicht, diese Kante hinzubekommen, dass diese Kante, ähm, so nach vorne spitz zuläuft. Und dann, also, diese Kante müsste eigentlich im, ähm, ja, was heißt, ich glaub, 30-Grad-Winkel nach vorne so gehen. Ähm, hier jetzt ist sicher einfach gerade, ist halt so, ist dann halt ein Fantasie-Sternenzerstörer. Auf jeden Fall, Respekt, dass du es hinbekommen hast, dass es hier oben schließt. Sowas ist, wie gesagt, gar nicht so einfach. Probier's mal ohne Anleitung selber nachzubauen. Haben wir nochmal einen Panzer, wie der dann hier über, durch den Wald fährt. Ach, das, ja, der sieht irgendwie schon cool aus. Also, ich will jetzt nicht Gewalt verherrlichen oder sowas. Okay, Gewalt verherrlichen und vorher über 200 Star-Wars-Mocks reden. Passt nicht so ganz zusammen. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine, ach, sehr schön. Sieht aus wie Tal aus Hell der Ringe. Ach, beziehungsweise Hobbit. Haben wir dann hier so einen kleinen Markt, wo die Leute dann hier in die Stadt reinlaufen. Das schöne orange Dach hier. Ach, und diese ganzen verschiedenen bunten Blätter. Ach, das sieht schön aus. Sieht richtig idyllisch aus. Und was mir auch gut gefällt, hier seht ihr, keine normale Standard-Baseplate verwendet, sondern so ein bisschen halt mit diesen Kanten, dass das alles irgendwie so ein bisschen interessant aussieht an den Ecken. Finde ich schön. Anschließend haben wir noch eine weitere Perspektive hier drauf. Und nochmal ein Dropchip. Das wäre jetzt interessant zu wissen, ob das Dropchip auch ein ATT-Walker tragen kann. Wenn es das wirklich kann, dann Respekt dafür. Habe ich versucht, damals auch nachzubauen. Es ist auch nicht so einfach, wie man denkt. ich glaube hier, also die Konstruktion vor allen Dingen in der Mitte, die ist halt die schwere mit dem Gummi-Band etc. Außerdem haben wir dann hier nochmal Bumblebee. Erstmal hier die Filmvorlage aus Transformers 1, glaube ich. Ist auch ein richtig cooler Film. Klar, ist halt so Blockbuster-Kino, aber trotzdem, das Outro habe ich nochmal als Lego-Format umgesetzt. Ihr könnt jetzt hier, habt halt gerade den Vergleich gehabt. ist cool. Hat so ein bisschen was Mustang-artiges, muss ich sagen. Aber halt auf diesen Bumblebee-Transformers-Style angelehnt. Ist cool. Also gut, klar, diese Konstruktion hier, die gibt es beim Mustang natürlich auch. Aber die gelbe Farbe und die Konstruktion vor allen Dingen vorne, erkennt man sofort wieder, dass das halt so ein Bumblebee-Auto ist. Ach so, hier, ich glaube, das ist aus irgendeinem YouTube-Video. Hier unten ist noch das Wasserzeichen. Aber es macht ja nichts. Dann habe ich nochmal, uh, cool, ein Modularhaus. Ich glaube, es dreht sich hier um das Polizeihaus. Ja, da haben wir es. Hat er hier unter der Stadt oder im Regal halt so eingebaut. Schöne Sache. Da seht ihr dann hier das Polizeimodularhaus. Sowas fehlt eigentlich noch bei Lego in dieser Modularreihe. Und so in der Art könnte es ja eigentlich aussehen. Also ich stelle es mir ein bisschen unangenehm vor für die Gefängnis, für die Gefangenen, wenn sie dann halt hier oben die Gitterstäbe haben und dann im Winter halt frieren müssen, wenn das hier kalt reinzieht. Aber so mit dieser Säule hier vorne finde ich cool umgesetzt. Hier vorne, ach, schaut euch das an. Das hier ist tatsächlich Nick Fury. Das ist aus dem Polybag mit Captain Marvel, glaube ich. Dieser kleine Bankautomat hier. Schön, schön, gefällt mir. Dann haben wir nochmal ein weiteres Star Wars-Mock mit ganz vielen verschiedenen Minifiguren, die hier stehen. So wie dann hier. Ach, ich glaube, das gehört zusammen. Ne, gehört nicht zusammen. Okay, haben wir nochmal einen Strand mit zum Beispiel dem Tauch-U-Boot aus Lego City. Hier vorne die Wellen wieder dann am Strand ankommen. Dann haben wir hier nochmal ein kleineres Mock mit einem kleinen Stadtpark. Englisch-Vokabel im Hintergrund. Das kenne ich ja noch. So was musste ich auch. Da standen hier immer die englischen Wörter, dann standen hier die deutschen Wörter. Hier stand irgendein Müll. Und wenn ich dann Englisch-Vokabel mit meiner Mutter gelernt habe, dann hat sie mich immer diesen Müll-Hilden abgefragt und nicht die Englisch-Vokabeln, sondern das, was hier hinten stand. Da standen immer so Sätze, die ich dann können. Ja, es geht hier um das Lego-Mock, nicht um die Englisch-Vokabeln. Hier ist so eine kleine Parkbank mit einem Baum hier nochmal neben dabei. Sieht auch gut aus. Ja, gut. Ich glaube, die Parkbank würde man jetzt nicht direkt mitten an den Weg stellen. Das würde ich vielleicht noch ein Stück weiter sehr wegsetzen, aber dann passt der nicht mehr auf die Platte. Dann haben wir hier nochmal einen... Ha! Es sieht so aus, als ob hier der Klon-Turbo-Tank in so eine Bar umgebaut wurde. Haben wir hier diesen Typen von Rogue One mit dabei, wie er dann Jar Jar Binks was ausgibt. Hier haben wir noch einen weiteren Wookiee-Borrier. Dann haben wir hier Saruman, wie er das Schwert dafür seine Uruk-Hai-Armee kauft. Ein Landspeeder ist ja auch noch mit dabei. Coole Sache. Vor allem muss ich auch sagen, dass mir dieser Klon-Turbo-Tank hier, der ist klein, aber ich finde, die Funktionen und wie er gebaut ist, die sind echt gut. Ich möchte den irgendwann unbedingt nochmal haben. Ich habe den damals nicht gekauft, weil ich glaube, 130 Euro hat er gekostet. Ich hätte ihn mal kaufen sollen, als er im Rabatt war. Aber ihr kennt ja meine Sage, wenn ihr irgendwelche Sets haben wollt, dann kauft sie euch, solange sie noch im freien Handel verfügbar sind. Sonst habt ihr das gleiche Problem wie ich jetzt, dass es den Klon-Turbo-Tank nirgendwo mehr gibt. Dann habe ich hier nochmal eine weitere Basis der Rebellen, so ein bisschen an, ich glaube, Episode 4 oder an Episode 6 angelehnt. Und hier in der Mitte so ein kleines Denkmal noch. Das ist, glaube ich, mit diesen Teilen gebaut, die es in diesem Kashyyyk-Set mit dem AT-RT-Walker gibt. Da haben die Wookies ja so eine kleine Barrikade gebaut. Ah, und dann sehen wir hier das Ganze nochmal von der weiteren Perspektive. Da greifen die Imperialen dann hier an, mit Darth Vader natürlich vorne weg. Da haben wir hier, ah, wer hast du noch? Quillan Vos ist das, glaube ich. Dann hier Sheerud Imwe. Ach, sowas mag ich, wenn man so alles auf einen Haufen haut. Also ihr wisst ja, hier waren gerade eben auch noch Herr der Ringe mit dabei und ähnliche. Finde ich cool. Hier haben wir nochmal ein weiteres Perspektive da drauf. Mit der Stadt hier. Ja, vor allen Dingen in diesen Ruinen. Wenn ihr einfach mal so eine Ruine aufbaut und dann da eure Minifiguren reinsetzt und so eine Schlacht nachbaut, ähm, könnt ihr richtig viel Spielspaß mit haben. Also, hatte ich damals zumindest. Dann haben wir noch so eine kleine Festung mit einem kleinen Ritter, der hier vorne über den Weg läuft. Da oben noch so eine kleine Burgruine drin. Und hier ist ein Böser noch, der dann hier hinten wartet. Ich glaube, aus der Lego-Chima-Reihe kommt er hier. So, wie dann haben wir hier nochmal eine weitere Bar. Sieht so ein bisschen aus wie Mandalorian hier mit dieser runden Tür. Ähm, finde ich auch schön. Dann, puh, hier ist auch alles durcheinander. Das ist, glaube ich, das Hoss-Teil. Dann haben wir hier ganz viele verschiedene Trooper, die da drinstehen. Ja, schön. Dann haben wir hier nochmal ein weiteres Mock mit Anakin's Podracer. Aber das ist, glaube ich, nicht der erforderliche Mindestabstand, den die Ewoks und Wookies hier dann einhalten. Aber der kann natürlich auch über die Straßenplatte fahren hier. Mit Jabba dann mit dabei. Ja, Jabba ist auch eine schöne Minifigur, beziehungsweise Figur. Brauche ich irgendwann auch nochmal. Dann haben wir hier, ähm, ja, eine riesige Star-Wars-Schlacht mit ganz vielen verschiedenen Starfightern. Für mich ist es jetzt absolut verwirrend. Und für viele von euch wahrscheinlich auch. Aber für den oder diejenigen, die das gebaut hat, denke ich mal, ähm, sollte das alles Sinn ergeben. Und das ist ja die Hauptsache. Dann haben wir hier nochmal eine weitere Klon-Basis mit verschiedenen Microfightern oben drauf. AAT, der hier angreift. Ich glaube, das ist der 75280, äh, nee, 75080 war das, glaube ich, damals mit Jar Jar Binks. Dann haben wir nochmal so ein Speeder-Bike, so wie dann General Rebus Wheel-Bike. Und dann hier die Klon-Basis auch in gelb gebaut. Ich meine, ihr könnt die Sachen auch in Bund bauen, das stört ja keinen, wenn ihr damit spielt. Haben wir hier nochmal ein weiteres Mock, ähm, wie ein Droide im Wasser steht und die anderen Klon-Trooper anabschießt. Und Lego Star Wars Duell in der Cloud City. So, das ist das. Das wäre auch mal ein episches Set. Einfach nur diesen, diesen Steg, den Darth Vader und Luke Skywalker dann ablaufen und dann halt diese, diese einzelne, ja, da wo Luke Skywalker dann dann hängt und dann den Arm abgeschlagen bekommt. Coole Idee, coole Idee. Wäre auch mal ein cooles Set. Dann haben wir hier nochmal The Mock. Ha! The Mocking Bird. Ich glaube, The Mocking Bird ist dieser Vogel aus, ähm, die Tribute von Panem, der so komisch pfeift. Und jetzt hier auf die Lego-Welt The Mock-ing, also Mock, my own creation, das ist der Mock-Wettbewerb hier. Und der Mocking Bird bei der Mock-Baut. Und das finde ich mega kreativ. Also ich liebe solche Wortwitze und das dann als Lego-Mock ums. Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Haben wir nochmal eine weitere Schlacht über die Straßenplatten mit Lego-Chima Sachen mit dabei. Lego-Chima, tatsächlich noch jemand, der Lego-Chima hat, aber sehr, sehr viel Lego-Chima. Ähm, haben wir verschiedene Iago-Geister, die das nur noch angreifen. Ja, wie gesagt, also ich, ich verstehe, ich habe den Hintergrund zu diesen Sachen nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es viel Spaß macht, damit zu spielen. Dann haben wir hier nochmal eine weitere Perspektive auf die Steinbasis hier, die Basis auf den Stein, sagen wir so. So wie dann hier nochmal ein Panda, mit einem Panda-Baby, wie er dann hier in die Schlacht zieht. Gut. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine, ich glaube, ich glaube, das ist ein Jet. Ein Jet, wo dann halt solche Minifiguren unten drinstehen und das nun halt landen. So wie dann hier nochmal einen Venator-Class Star Destroyer. Da sind die Bilder jetzt leider ein bisschen klein gewesen, aber ich weiß noch, ich kann, ich habe die E-Mail nämlich, also ich habe auch alle E-Mails gelesen. Das nur vorneweg, ich habe alle E-Mails gelesen, nur ich habe halt nicht, ich kann mir halt nicht zu jeder E-Mail die Hintergrundgeschichte merken und dann halt hier vortragen und vor allen Dingen, ich kann mir auch nicht jeden Namen merken und deshalb sind in diesem Video auch keine Namen genannt, weil wenn ich jetzt sage, das Mock ist von Peter, aber das Mock ist eigentlich von Tom, dann ist Peter natürlich sauer und Tom ist natürlich auch sauer und das will ich halt vermeiden. Trotzdem ein sehr, sehr cooles Venator-Class-Mock, ich glaube, da sollten auch noch einige Figuren in die Mitte reinpassen und es sieht relativ ähnlich aus, auch dass es hier vorne so hoch klappt, also das klappt sich einmal so hier so hoch, das ist natürlich ähnlich zum Lego-Set. Trotzdem finde ich, sieht es schön aus, hier vor allen Dingen mit den Plates hier vorne, ein cooler Venator-Glas, also dieser Venator hat wirklich super viel Potenzial, ist ein wunderschönes Schiff und deshalb verstehe ich auch nicht, warum Lego da nicht mehr von umsetzt. Anschließend haben wir noch ein weiteres Mock und zwar ein AT-RT-Walker gegen ein paar Droinen, das ist dann hier dieser Klon-Lieutenant, glaube ich, aus dem Republic Gunship in gelb, das ist auch eine, also für die Steine und für die Größe von dem Mock hatte ich auf jeden Fall einiges rausgeholt. So, und damit wären wir jetzt tatsächlich auch am Ende der zweiten Welle von Bildern. Ich melde mich jetzt gleich nochmal zurück mit den Gewinnern dieses Mock-Contests. So, Freunde, jetzt kommen wir zu den Gewinnern und ein Mock muss ich hier noch einbringen, das habe ich wohl irgendwie übersehen. Falls ich noch irgendwas übersehen haben sollte, tut mir das schrecklich leid. Es war auf jeden Fall keine Absicht, aber diese ganzen Bilder zu sortieren, das ist nicht so leicht, wie man jetzt vielleicht denkt. Jedenfalls hat mir Marcel von Spacebricks auch noch ein Mock eingeschickt hier auf den letzten Metern und ja, das nehme ich hier halt natürlich auch noch gerne mit rein. Wir haben hier einmal 500 erste Trooper, die hier eben durch einen Wald laufen beziehungsweise so ein, ja, das ist halt ein Baum, ein Möchtegernwald, sagen wir so. Ein Möchtegernwald mit einem Baum, hier nochmal ein Felsen mit dabei und hier laufen dann drei 500 erste Trooper mit dabei. Tja, mehr als drei hatte er wohl nicht auf Lager, aber das Besondere an diesem Mock ist dieser, dieser kleine Fluss, der hier noch durchgeht, der ist sogar beleuchtet und ich muss sagen, das sieht schon echt, ja, das sieht schon echt sehr, sehr cool aus. Auch hier das Gras, die Texturen, die er benutzt hat, auch viele unterschiedliche Sachen gefällt mir gut, kann man auf jeden Fall so lassen. Danke, dass du das Mock auch noch eingesendet hast. So, und jetzt kommen wir natürlich zu den Gewinnern und die Gewinner festzulegen, das ist gar nicht so leicht und ich denke auch, dass wir jetzt wieder einige disliken werden und sonst was. Bitte habt ihr Verständnis dafür. Es ist das Ding, ich hätte das jetzt selber auswählen können, dann ist es aber vollkommen subjektiv. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Star Trek Mox mit dabei gewesen sind, von Star Trek habe ich keine Ahnung und für mich ist das auch total, ich kann da nichts zuordnen, deshalb kann ich eher zu Star Wars Sachen was zuordnen. Deshalb habe ich selber die Gewinner nicht ausgesucht. Ich habe hier jemanden aus meinem Wohnheim gefragt, ob er das wohl für mich machen könnte und der hat einfach jetzt drei Kategorien rausgepickt, also drei Mox. Wir hatten ja vorher die Kategorien festgelegt, also ganz groß, ein bisschen kleiner und dann halt ganz klein und diese drei Mox werde ich euch jetzt nacheinander zeigen, wer das gewonnen hat. Als erstes, das kleinste Mox, der Preis für das kleinste Mox geht an Oma E. Und er schreibt, also er hat hier dieses Ghost Rider Mox gebaut und ich kann verstehen, warum mein Kollege das ausgewählt hat. Es sieht wirklich gut aus, also die Speere hier vorne, die er benutzt wurde, okay, der Kollege hat nicht so viel am Hut mit Lego, aber trotzdem finde ich, hat er eine gute Wahl hier getroffen mit dem Motorrad, die Flammen, die hinten rauskommen. Es ist einfach ein wirklich sehr, sehr schönes Motorrad und das so in der Größe nachzubauen, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Deshalb auf jeden Fall ein verdienter Platz für das, ja, für das coolste, kleinste Mox an ihn. Wichtig, wie gesagt, es gibt auch andere coole Mox, die hier eingesendet wurden. Das möchte ich hier nochmal ganz ausdrücklich betonen, bevor das wieder alle in den Kommentaren schreiben. Und der Preis für das mittelgroße Mox geht an Jakob H. Er hat hier die Golden Revenge eingeschickt, also so ein bisschen angelehnt an die Queen Anne's Revenge, ein Piratenschiff. Ja, kann ich auch verstehen, warum er das ausgewählt hat. Hier habt ihr, wie gesagt, überall noch die Hogwarts-Wappen mit dabei, wie wir das schon gesehen haben beim letzten Mal. Viele verschiedene Piraten hier drauf, hinten. Das Teil kommt natürlich auch aus der Queen Anne's Revenge, diese kleine goldene Minifigur, aber nicht. Kommt, glaube ich, auf einem anderen Set. Jedenfalls, dieses Mox ist auf dem zweiten Platz gelandet und ich finde, es ist auch ein schönes Mox mit dem, vor allen Dingen, Piratenschiff, Piratenschiff haben wir sowieso zu wenig. Deshalb, ja, finde ich das gut, dass es hier auch noch auf der Liste gelandet ist und das dritte Mox, also das riesengroße Mox, das wurde hier jetzt, wie gesagt, auch von meinem Nachbarn festgelegt und er hat hier das Medieval-Mock von Jason oder Jason B genommen und ihr seht es hier, das hatten wir, also ihr habt die Mox ja alle schon vorher gesehen, aber das ist hier der große Mittelalter, das ist die große mittelalterliche Karte mit so viel zu gucken, dass man da echt mit Stunden verbringen kann, das Ganze hier zu sehen. Wir haben jetzt auch noch mal mehr Bilder tatsächlich. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, noch mal ein genaueres Bild auf die Schlacht. Hier vorne kommt noch ein Ritter raus. Dann haben wir hier noch mal verschiedene Zwerge, die dann hier in der Mine sind und die Schätze hier aus der Grube rausholen. Dann haben wir hier die ganzen Orks, die dann noch drauf zustürmen. Hier habt ihr zum Beispiel auch noch mal so ein Raptor, der denn hier umgebaut wurde. Der Raptor sogar dann mit Brick-Build-Körper, damit man da noch mehr Figuren raussetzen kann. Sehr, sehr cool. Hier noch mal den Troll vorne, den Zauberer, der da oben dann auf dem Turm ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein böser Zauberer sein soll oder ob das ein guter Zauberer sein soll. Also, weil der hat ja einen schwarzen Turm, deshalb könnte es auch sein, dass er ein böser Zauberer ist. Dann haben wir hier hinten noch mal die anderen Ritter, die dann hier versuchen, gegen die Orks anzukommen. Sowie dann hier noch mal einen anderen Ork. So, das waren die Gewinner. Wie gesagt, alles subjektiv und falls ihr damit ein Problem haben sollt oder das den Leuten nicht gönnt, die jetzt gewonnen haben sollten, dann tut mir das leid. Ich möchte mich trotzdem noch bei jedem bedanken, der hier mitgemacht hat. Ich möchte mich bei meinem Nachbarn bedanken, der die Gewinner jetzt hier ausgelost hat. Bei jedem, der sich jetzt zwei Stunden von meinem Reden angehört hat. Und ich wünsche den Gewinnern ganz viel Spaß mit ihren Sets. Sie werden jetzt per E-Mail von mir benachrichtigt und bekommen dann die Gewinne zugeschickt. Falls ihr mit den Gewinnen nichts anfangen solltet, könntet, dann verschenkt es einfach an irgendjemanden an, dass der daran Spaß hat. Die freuen sich da sicherlich auch drüber. Ja, und schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und damit bis zum nächsten Mal und ciao.